Musik Musik Vor vielen Millionen Jahren Es war vor vielen Millionen Jahren. Damals legte Mutter Urmel das Urmelei am Ufer des großen Meeres in den Sand, wie sie es bisher immer mit ihren Eiern getan hatte. Aber kurz darauf begann es zu schneien, und das war ganz ungewöhnlich. Mutter Urmel runzelte besorgt die Stirn, schaute zu den Wolken auf und schnaufte. Schade um dieses hübsche Ei! Dann zog sie sich in ihre Höhle zurück. Was nun das Urmelei betrifft, so wuchs ihm langsam eine weiße Schneemütze, und das war sehr ungünstig, denn auch Urmeleier können nur in großer Wärme ausgebrütet werden. Es wurde aber kälter und kälter und immer kälter. Oh je, bibberte Mutter Urmel, das ist aber kein Spaß mehr. Das war das Letzte, was man von ihr hörte, denn die Eiszeit hatte begonnen. Wie wir heute wissen, dauerte die Eiszeit sehr lange. Hoch oben und ganz unten auf unserer Erdkugel, am Nordpol und am Südpol, ist sie sogar jetzt noch nicht zu Ende. In der Mitte der Welt Seit damals sind Jahrmillionen vergangen. Eines Morgens watschelte Ping Pinguin zur Schule. Unterwegs traf er den Varan, der dasselbe Ziel hatte. Ausgepflafen? fragte Ping Pinguin. Obwohl er fleißig übte, konnte er das Sch noch immer nicht richtig sprechen. So ging es fast allen Tieren. Jedes hatte bestimmte Schwierigkeiten. Zum Beispiel zischte Wawa der Varan das Z heraus wie eine Dampflokomotive. Ich bin umgezogen und nach einem Umzug schlafe ich immer gut. Umgezogen? Wohin? In eine Riesenmuschel. Ganz plötzlich habe ich sie am Ufer gefunden. Toll! Ich will deine Riesenmupfel sehen! Sie überlegten nicht lange. Sie drehten um und wanderten nebeneinander den Berg hinab. Sie konnten das unbesorgt tun, denn der Besuch von Professor Habakuk-Tibatongs Tiersprechschule war vollkommen freiwillig. Die Insel Titivu, auf der sich dies alles zutrug, liegt in der Mitte der Welt. Hier wachsen die üppigsten Bäume, Farne und Kakteen. Titivu gehört zu den letzten Inseln, auf denen die Tiere noch ungestört leben können. Die Riesenmuschel, die Wawa gefunden hatte, sah aus wie eine Suppenschüssel mit geschlossenem Deckel. Sie ist so praktisch. Es ist mein erstes Haus, das ich zumachen kann. In ihr kann ich ungestört nachdenken. Die Sonne geht auf und unter und schiet über mich hinweg. Und der Mond geht auf und unter und schiet über mich hinweg. Pink Pinguin betrachtete seinen Freund interessiert. Das ist aber ziemlich viel, Geziehe. Ich will auch eine Mupfel. Lass uns noch eine Mupfel suchen. Aber kaum hatte er das gesagt, stieß er einen krächzenden Schrei aus. Pfau mal! Ein Eisberg! Wawa hatte noch nie einen Eisberg gesehen. Er kletterte auf einen Stein. Durch das leise Klatschen der Wellen hörte er deutlich Seelefants rührenden Gesang. »Oh, oh, 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 ich bin nicht froh. Nein, ich bin so. Oh, 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 ha, ha, den Tränen nah.« Wie gewöhnlich saß der Seelefant weit draußen vor der Insel auf dem einsamen Felsen und sang eines seiner traurigen Lieder. Ja, auf die Insel Titivu trieb etwas zu, das wie ein Kristall funkelte. Man konnte Zacken und Spalten auf seiner Oberfläche erkennen. Pink Pinguin stürzte sich ins Meer. Er umkreiste den Eisberg. Er tauchte unter und wieder auf und rief, »Unter Wasser ist er mindestens dreimal so groß.« Dann verschwand er und erschien plötzlich auf seiner Spitze. »Hier steckt etwas, etwas Eingefrorenes, eine große Mupfel oder ein Ball oder ein...« Platsch. Der Eisberg war auf den Strand aufgelaufen und Pink Pinguin fiel kopfüber ins Wasser. Als er wieder auftauchte, kam er an Land. »Rapf! Wir müssen den Professor holen!« »Gnill!« »Der seltsame Professor und das kluge Schwein« Noch vor einigen Jahren wohnte Professor Habakuk Tibatong in der Universitätsstadt Winkelberg. Dort hielt man ihn für einen Sonderling, mit dem niemand gern zu tun hatte. Es hatte nun einmal nicht jedermann Spaß daran, in einer Wohnung einem grunzenden Schwein zu begegnen. Und das konnte einem bei dem Professor geschehen. Wutz war wie viele Schweine ausnehmend klug. Sie war übrigens eine Dame. Deshalb sprechen wir von ihr und nicht von ihm, obwohl es das Schwein heißt. Nun, Wutz war eigentlich schuld daran, daß der Professor sich überlegte, ob man den Tieren nicht das Sprechen beibringen konnte. Außer Wutz wohnte bei Professor Tibatong nur noch ein Waisenknabe, der eines Tages vor seiner Tür stand. Tim Tintenklecks war zwar nicht gerade fleißig, aber er war ein lieber Kerl. Auch Wutz mochte ihn sehr gern. Tim Tintenklecks zimmerte ihr aus einer alten Regentonne ein transportables Schlafzimmer, eine Schweinehütte oder eine Schlummertonne, wie sie es nannte. Der Professor besorgte Wutz eine Matratze. Vorne an der Schlummertonne hing ein mit Rosen bedruckter Vorhang und außerdem konnte man die runde Tür schließen. Nun, eines Tages fing Professor Tibatong an, mit aller Hand Kräutern zu experimentieren. Er forschte nach einer Medizin, die eine ganz bestimmte Wirkung auf das Gehirn der Tiere ausübte. Diese Tropfen gab er Wutz ins Fressen, morgens, mittags und abends. Etwas später begann er außerdem mit ihr eine seltsame Mundgymnastik zu treiben. Stundenlang kauerte er auf dem Boden, schaute sie fest an und machte ihr Zungenbewegungen vor, wobei er Grunzlaute ausstieß. Deshalb hielt man ihn bald für nicht mehr ganz normal, denn natürlich kam doch manchmal jemand in sein Haus, etwa der Briefträger oder der Gasmann. Auf die Leute wirkte es schon sehr sonderbar, den Professor vor einem Schwein auf dem Teppich knien zu sehen und »ÄÄÄÄÄÄÄ« machen zu hören. Als schließlich Wutz ebenfalls »ÄÄÄÄÄÄ« erwiderte und sich die beiden gegenseitig so angrunzten, war es endgültig um den guten Ruf des Professors geschehen. Man riet ihm, freiwillig auf sein Lehramt zu verzichten. Wovon aber sollte der arme Professor nun leben und seine Studien fortsetzen? Er mußte fort aus Winkelberg, wollte er nicht verhungern. Und eines Tages nahm der Briefträger auch noch Tim Tintenklecks auf der Straße beiseite. »Tim, du kannst dich freuen. Gestern wurde im Stadtrat beschlossen, dich anständigen Leuten zu geben, denn bei dem verrückten Professor kannst du ja nicht bleiben.« Tim Tintenklecks war da aber ganz anderer Ansicht. Und der Professor auch. In der gleichen Nacht noch verließen sie heimlich das kleine Haus. Der Professor trug in einem Rucksack Kleider, Hemden, Bücher und Hausgeräte. Und Wutz zog ihre Schlummertonne auf einem Leiterwagen, den Tim Tintenklecks hinten schob. Professor Tibaton kannte jeden Fleck der Erdkugel aus Büchern. So ist es zu erklären, daß er eines Tages mit einem Einbaum auf einer einsamen Insel anlegte. Tim Tintenklecks paddelte im Bug des kleinen Bootes kniend. Wutz schaukelte in der Schlummertonne hinterher. Die Insel gefiel ihnen auf den ersten Blick, und sie beschlossen, sie nach den Anfangsbuchstaben ihrer Namen zu taufen. »Ti« für Tibaton, »Ti« für Tim und »Wu« für Wutz. »Titi Wu« also. Der einzige Kummer des Professors war, daß er bisher weder die Existenz des unsichtbaren Fisches bewiesen, noch die Urmelforschung beendet hatte. Aus der Form von Tierknochen aus der Urzeit hatte er nämlich geschlossen, daß es noch ein bis dahin unbekanntes Lebewesen geben müsse. Das Urmel. Aber man hatte ihn ausgelacht. Am heftigsten Direktor Dr. Zwengelmann vom Naturkundemuseum in Pompolon, der Hauptstadt des Staates Pompolonien. Auf dem Gipfel des Berges errichteten sie ein Blockhaus, und dann vergingen die Jahre. Professor Tibaton setzte seine Übungen mit Wutz fort, und bald konnte das kluge Schwein sich mit ihm unterhalten. Dann nahm er andere Tiere als Schüler an. Schließlich mußte ein Klassenzimmer angebaut werden. Noch nie in seinem Leben war er so glücklich gewesen wie hier auf der Insel Titivu. Der Rätsel des Berges Der Rätselhafte Eisberg Nun sind wir am heutigen Morgen angelangt. Schusch saß auf der Schwelle des Klassenzimmers. Über ihm leuchtete in bunten Farben das Schild, das Tim Tintenklecks gemalt hatte. Habakuk Tibatongs Tiersprechschule. Unterricht freiwillig nach Vereinbarung. Schusch, der Schuhschnabel, war zur Zeit der einzige Vogel unter des Professors Schülern. Er wußte nicht recht, was er machen sollte. Er hatte seine Aufgaben fleißig gelernt. Er sollte das I besonders üben. Bei ihm klang das so. Ich pflege, du pflegst, er pflegt. Und nun hockte er hier. Weder Wawa noch Ping-Pinguin waren gekommen, und Wutz hatte ihn mit dem nassen Scheuerlappen aus dem Klassenzimmer gejagt. Heute fälscht die Schule aus. Wutz, raus mit dir, ich muß putzen. Wutz hatte sich in den vergangenen Jahren zu des Professors Haushälterin entwickelt. Heute hatte Professor Habakuk Tibatong die ganze Nacht über an einem neuen Buch gearbeitet. Es hieß »Der Sprechunterricht für Tiere«. Als der Morgen graute, schrieb er immer noch. Aber nun entwarf er einen bösen Brief an seinen Widersacher, Direktor Dr. Zwengelmann vom Naturkundemuseum der Stadt Pompolon. Über ihn hatte sich Professor Tibatong gerade wieder sehr geärgert. Direktor Dr. Zwengelmann hatte nämlich in der Fachzeitschrift für Urtierforschung einen Artikel veröffentlicht. Er hatte behauptet, die Urmel existierten nur in der überreizten Fantasie des Professors. »So ein Dummkopf, dieser Zwengelmann! Natürlich gab es Urmel! Wo ist denn nur meine Brille? Auf deiner Nase, Professor! Öff, öff, du bist völlig überarbeitet! Schlaf dich einmal gründlich aus!« Der Professor seufzte. Er konnte sich gegen Wutz nicht durchsetzen. Sie steckte ihn ins Bett. Dann schloß sie den Vorhang und wackelte hinaus. »Sitzt du immer noch hier?« grunzte sie schusch an. »Hilf mir lieber putzen! Nimm den Scheulappen in den Schnabel und wisch die Ecken aus! Öff, öff!« »Bei der päbt es wohl!« Schusch flog davon. Er suchte Tim Tintenklecks. Bald sah er seinen roten Schopf durch das Grün der Blätter leuchten. »Tim Tintenklecks, hast du auch Ärger mit Wutz?« »Ich hab nie Ärger mit Wutz. Aber schau mal, was dort unten am Strand funkelt!« Schusch ließ sich auf einem Ast neben Tim nieder. Er eugte hinab. Da erblickten sie Wawa und Pink Pinguin, die den Berg hinaufgeklettert waren und in des Professors Haus wollten. »Wollt ihr wohl den Professor schlafen lassen? Öff, öff, ihr Tölpel! Ich schlafe ja gar nicht! Er pfläft ja gar nicht! Bäh!« Und inzwischen schmilcht der Eisberg. »Was? Ein Eisberg? Hier!« Professor Tibarton öffnete die Tür, während er sich den Gürtel seines roten Schlafrogges vor dem Bauch zusammenband. »Ja, ein Eisberg! Und es ist etwas in ihm eingeeist! Etwas Großes! Vielleicht eine Mupfel!« Der Professor schlüpfte in seine Pantoffeln und sauste den Berg hinab. Wie der Eisblock an den Strand der Insel Titivu gelangte, hat die Wissenschaft auch später niemals ganz klären können. Professor Habakuk Tibarton betrachtete ihn verwundert. Welch ein Erlebnis! Ohne auf Pantoffeln und Schlafrock zu achten, wartete er ins Wasser, um das Wunder aus der Nähe zu betrachten. Die Brille auf die Nasenspitze geschoben, untersuchte er die Eiskristalle. »Professor, du holst dir einen Schnupfen!« »Der Eisberg muss aufs Land! Auf gar keinen Fall darf er im Wasser bleiben! Wenn wirklich etwas eingefroren ist und das Eis schmilzt, dann fällt das, was drin ist, ins Wasser und ertrinkt, denn schwimmen wird es ja nicht können! »Bestimmt macht es nur Dreck!« »Wie wollen wir denn dieses Ding an Land schieben? Es ist ja viel zu groß und auch viel zu kalt!« Tim Tintenklecks schlug vor. »Seelefant kann ihn schieben. Er ist stark genug!« Alle fanden diesen Vorschlag gut. Ping Pinguin schwamm schnell zu Seelefants einsamem Felsenriff. Das Wasser schäumte und gurgelte um die grauen Steine. Der Seelefant saß da, den massigen Kopf erhoben. Er preßte die Vorderflossen auf sein Herz und seine Schnurrbarthaare zitterten. »Oh, ich bin nicht froh!« »So hör doch mal! Du sollst dem Professor helfen!« »Oh, ich?« »Ja, du bist der Einzige, der stark genug ist!« Betrübt schüttelte Seelefant sein massiges Haupt. »Ich würde dem Professor sehr gerne helfen, aber es geht nicht. Ich bin traurig, und wenn ich traurig bin, kann ich nicht arbeiten. Verstehst du?« Schließlich ließ sich Seelefant doch überreden. Er glitt ins Wasser, und dann stemmte er seine Schnauze unter den Eisberg. Er keuchte, er wühlte Wasser und Sand auf. Zentimeter um Zentimeter schob er ihn zum Land. Professor Tibarton und Tim Tintenklecks halfen nach besten Kräften. Nach viel Mühe lag der weiße, zackige Kristall endlich im Trockenen. Er gleiste und funkelte in der Sonne. Professor Tibarton sah unter der dünn gewordenen Oberfläche etwas. Es war weißgrau gesprenkelt und rund. »Oh, oh, dies ist, das sieht aus, oh, ich glaube, ich stehe vor einer großen Entdeckung.« Seelefant ruhte sich am Ufer aus. Auf die Vorderflossen gestützt, schaukelte er sein Haupt hin und her. Da aber niemand auf ihn schaute, schwamm er schließlich zu seinem Felsen zurück. »Nicht einmal Danke«, sagt man, »Nun, ich habe es ja auch nicht erwartet, aber traurig ist es doch.« Bald hörte man sein Lied wieder über die Wellen schallen. Der Professor sagte, »Jetzt haben wir keine Zeit zu verlieren. Schusch und Ping-Pinguin, würdet ihr wohl das Eis ganz vorsichtig von dem Gegenstand abmachen. Und Wawa, bitte lauf rasch in mein Arbeitszimmer. Auf dem Schreibtisch am Fenster muß das Hörrohr liegen. Und Wutz, bitte hol mir alle Decken und Handtücher, die du finden kannst.« Während Wutz und Wawa unterwegs waren, pickten Ping-Pinguin und Schusch das Eis vorsichtig rund um den Gegenstand herum ab. Und je mehr von ihm zu sehen war, um so erregter wurde Professor Habakuk-Tibarton. »Halt, halt, Achtung! Nicht so heftig! Aufhören!« Ein Ei! Es scheint vollkommen unbeschädigt zu sein. Welch ein Glück! »Halt, halt, Achtung!« Eine ungeheure Entdeckung Der Professor hörte das Ei von oben, von unten, von allen Seiten ab. »Ich höre nichts. Nun, es ist wohl noch durch und durch gefroren. Wutz, hast du die Tücher? Bitte, Tim, hilf mir, das Ei trocken zu reiben, aber vorsichtig!« »Meinst du vielleicht, die Sonne wird es ausbrüten?« Erkundigte sich Wawa. »Oh nein! Es braucht tierische Wärme, wie von seiner Mutter. Ihr müsst abwechselnd brüten. Wawa, du machst am besten gleich den Anfang. Ich hebe dich hinauf, aber bitte bewege dich nicht!« Der Professor und Tim Tintenklecks hoben Wawa hoch und setzten ihn behutsam auf das Ei. Kaum berührte er es aber mit seinem weichen Leib, stieß er einen zischenden Wehlaut aus. »Zuhilfe! Dies ist ja ein Eisei! Keine zehn Minuten halte ich das aus, ohne mir den Bauch zu erkälten!« »Wie dumm, daß ich nicht daran gedacht habe!« Stolz reckte sich Ping-Pinguin. »Lasst mich hinauf! Ich bin nicht so zimperlich! Ich kann stundenlang auf Eis liegen!« Sie hoben Wawa herunter und setzten Ping-Pinguin auf das Ei. Er breitete die Flügelstummel aus und wackelte sich umständlich zurecht. »Na, was tätet ihr wohl ohne mich?« »So geht es nicht. Peng-Pinguin ist einfach zu klein. Er kann noch so sehr henn und herrücken. Er bedeckt höchstens ein Fertel der Oberfläche. Und Eier, die ausgebrötet werden sollen, müssen gänzlich unter dem Bröter verschwenden. Aber was sollen wir tun?« »Vielleicht ist Wutz groß genug.« »Ich brüte doch nicht!« »Ach, wenn ihr Wutz mit ihrem Dreizehntner-Gewicht draufhebt, gibt es Rührei!« Wutz zeigte ihnen beleidigt ihr Hinterteil. Tim-Tinten-Klecks schlug vor, Ping-Pinguin zunächst brüten zu lassen, aber alle Decken und Tücher über ihn und das Ei zu legen. Ping-Pinguin ließ alles mit sich geschehen. So stolz war er. Bald war er unter einem Gebirge von Decken und Handtüchern verschwunden. Ein Badetuch, eine Wolldecke, ein Händehandtuch, die Geschirrtücher, die Bettlaken, sämtliche Vorhänge. Alles wurde über ihn und das Ei geworfen, bis auf dem Strand nur noch ein unförmiger Haufen zu erkennen war. Es sah aus, als sollte er von einer Wäscherei abgeholt werden. Und so verging die Zeit. Es wurde Nachmittag und es wurde Abend. Schließlich kam die Nacht. Professor Tibatong ließ alle Trockenes Reisig sammeln. Rings um das Stoffgebirge entzündeten sie Feuer, die eine Höllen Glut ausströmten. Ping-Pinguin schwitzte. Er drohte zu ersticken. Und als das Ei endlich wärmer geworden war, löste ihn Wawa ab. Gegen Morgen übernahm Schusch das Amt des Brüters und auf diese Weise folgten Tage und Nächte aufeinander. Täglich horchte der Professor das Ei mit dem Hörrohr ab. Endlich bemerkte er leise Bewegungen und ein feines Schmatzen. Glücklich richtete er sich auf, und seine Augen funkelten, als er flüsterte, es lebt. Gerade lag Wawas weicher Bauch über dem Ei. Nun schielte er besorgt unter sich. »Seid ihr ganz sicher, daß kein Ungeheuer herauskriecht?« Niemand war ganz sicher. Die Bewegungen wurden kräftiger, und das Ei begann zu schwanken. Der Professor sagte, daß sich alle etwas zurückziehen sollten. Das Ei zitterte und bebte. Immer heftiger schaukelte es. Immer unerträglicher wurde die Spannung. Endlich platzte es. An einer Seite drängte ein zerknitterter Kopf heraus. Die Augen waren noch geschlossen. Der Hals hing da wie ein matter Blütenstängel. Der Körper schälte sich heraus. Einzelne Eierschalen und etwas Flüssigkeit klebten auf der verschrumpelten Haut. »Was kann es nur sein?« »Still!« »Ich glaube, es könnte.« »Oh, du liebe Güte!« Jetzt war das Wesen ganz aus dem Ei geschlüpft. Unsicher stand es auf wackeligen Beinchen. Es versuchte, sich auf seinen Schwanz zu stützen, der aussah wie der Schwanz von einem Krokodil. Sein Hals war fast so lang wie der einer Giraffe. Es vermochte ihn nicht zu halten, und es konnte auch die Augen nicht öffnen. Es legte den unförmigen Kopf in den Sand. Plötzlich war Wutz bei ihm. Sie trug einen nassen Lappen im Maul und begann das Wesen damit zu säubern. Da öffnete es seine Augen einen winzigen Schlitz, und das Erste, was es von der Welt erblickte, war appetitliche, rosa Haut. Eine Flut piepsiger Laute ausstoßend, stupste es Wutz mit dem weichen Maul. »Oh, du saftige Rübe! Öff, öff, es hält mich womöglich für seine Mutter! Professor, was soll ich bloß tun?« Sie wollte sich von dem häßlichen Küken entfernen, aber es kroch hinter ihr her. »Oh, ja! Oh, ja! Kein Zweifel! Es ist ein Urmel! Was für ein Wunder!« Professor Tibarton riß sich die Brille ab und fuchtelte mit ihr erregt in der Luft herum. »Quick, quetsch, gluck, gluck, mimipipi, quetsch, äh, äh«, quietschte das Wurm. »Ein Urmel! Und sprechen kann es auch schon!« Zunächst herrschten Friede und Freude. Nur Wutz hatte es schwer. Als sie das Urmel wusch und so das erste Wesen wurde, das es sah, glaubte das Urmel, sie sei seine Mutter. Und nun konnte sie sich nicht zwei Schritte von ihm entfernen, ohne daß es in ein mörderisches Quietschen und Zetern ausbrach. Solange das Urmel noch so schwach auf den Beinen war, konnte es nicht zum Blockhaus auf dem Berg hinaufgehen. Deshalb wurde nicht weit vom Strand ein kleines Lager hergerichtet, die Urmel-Baby-Stupe. »Nein, äh, nein, Professor, ich versorge deinen Haushalt, aber niemand kann mich zwingen, weit ab von meinem gemütlichen Bett meine Nächte mit dieser abscheulichen Schreckgestalt unter freiem Himmel zu verbringen!« Empört trabte Wutz davon. Das Urmel, das kein Auge von ihr gelassen hatte, reckte den Hals vor und begann zu jammern. Wutz fühlte eine Gänsehaut über ihren Rücken kriechen. Sie blieb stehen. Ihr Herz klopfte. Sie machte Kehrt. Sie trabte zu dem Schreihals zurück und stupste ihn mit der Schnauze. Sofort verstummte das Jammern. Das Urmel grunzte zufrieden, und Wutz schickte sich in ihr los. Die Schlummertonne wurde den Abhang des Berges hinuntergerollt. Wutz gab dem Urmel die Kokosmilchflasche. Später fütterte sie es mit Bananen, Feigen und Ananas. Und einige Wochen später lag das Urmel in einer zwischen zwei Palmen befestigten Hängematte. Wutz wiegte es mit einer Schnur im Maul hin und her. Und ständig war eines der Tiere bei ihnen, um das Urmel zu necken oder um mit Wutz zu plaudern. Auch der Professor hielt sich kaum noch in seinem Blockhaus auf. Das ganze Leben drehte sich um die Urmel-Babystube. Aber dann schrieb der Professor einen Brief an Direktor Zwengelmann. »Verehrter Kollege, Sie sind widerlegt. Wir haben ein Urmel. Mein Hausschwein zieht es auf. Mit besten Grüßen, Ihr Professor Habakuk-Tibaton.« Dann rollte er das Blatt so zusammen, daß er es durch den Hals einer leeren Flasche stecken konnte. Die Anschrift war deutlich zu lesen. »Herrn Direktor Dr. Zwengelmann, Naturkundemuseum, Pompolonien.« Schusch flog mit dieser Flaschenpost davon, um sie weit ins Meer zu werfen. Der Professor kannte die Meeresströmung. »Hast du auch keine Dummheit gemacht, Professor?« grunzte Wutz. Wie recht sie mit ihrer Befürchtung hatte, stellten sie alle leider allzu bald fest. »Hast du auch measurest.« König Futsch von Pompolonien Pompolonien war ein kleines Land. In der Hauptstadt gab es ein Naturkundemuseum. Es gab außerdem einen Tiergarten und eine Universität mit einem berühmten Zoologen. Und vor allem gab es einen König, der kein richtiger König mehr war. Er hieß nur noch so. Regieren aber tat das Parlament. Denn Pompolonien war vor kurzem eine Demokratie geworden. Der Thron war also Futsch. Aus diesem Grunde gab sich der König selbst den Spitznamen König Futsch. Und was macht ein König, der nicht regieren darf? Er langweilt sich. Und so überlegte er sich, ob er nicht wieder einmal auf die Jagd gehen sollte. Als er eines Morgens mürrisch an seinem Frühstückstisch saß und sich von seinem kleinen Diener Sami die Brötchen schmieren ließ, stürmten drei Herren herein. Es waren der Direktor des Tiergartens, der Zoologieprofessor und Dr. Zwengelmann. Zwengelmann schwenkte eine leere Flasche und ein Blatt Papier. »Aber, meine Herren, was ist denn passiert?« fragte König Pomponell erstaunt. »Majestät«, rief Zwengelmann, »heute Morgen steht diese Flasche vor meiner Haustür neben der Milch und darin steckt dieser Brief.« »In der Milch?« fragte der König. »Natürlich nicht, Majestät, sondern in der anderen Flasche. Die Flaschenpost hat natürlich dieser närrische Tipatong aufgegeben und er behauptet, ein lebendiges Urmel zu haben.« »In der Tat, etwas merkwürdig«, der König wunderte sich. »Was schon deshalb völlig unmöglich ist, weil ich eben erst klipp und klar bewiesen habe, dass es nie Urmel gegeben hat und auch nie geben wird. Ich müßte dieses Urmel erst sehen, ehe ich daran glaube, und dann will ich es ausgestopft ins Naturkundemuseum stellen.« »Nein«, rief der Direktor des Tierparks, »dann muß es lebendig in den Zoo. Tod oder lebendig, Hauptsache wir kriegen es«, widersprach der Zoologe. König Pomponell oder Futsch sprang auf. »Großartig! Sami, pack den Tropenhelm ein und tank den Hubschrauber auf! Wir machen eine Safari, wir jagen dieses Urweltungetüm!« Schon stürmte er aus dem Frühstückszimmer. Die drei Gelehrten sahen sich sprachlos an. Es missfiel ihnen, so stehen gelassen zu werden, denn jeder von ihnen hatte den König auf die Jagd begleiten wollen. »Großartig!« »Großartig!« Musik Es war einmal ein armes Schwein. Wutz war sehr stolz. Das Urmel wuchs und gedieb prächtig. Von früh auf bekam es Professor Tibartons Spezialtropfen ins Babyfutter und als es die Reife eines sechsjährigen Kindes hatte, begann Professor Tibarton mit den Sprechübungen. Dazu ging er ans Ufer in die Babystube. Tim Tintenklecks trug seinen Stuhl hinterher und zum Schutz vor der brennenden Sonne spannte er einen rot geblümten Sonnenschirm auf. Wutz benutzte die Gelegenheit, um im Blockhaus etwas aufzuräumen. Kaum aber entfernte sie sich, begann das Urmel zu plärren. Äh, 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 uh, 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 uh. »Das wird ein schöner Unterricht werden.« Der Professor wartete, bis das heftigste Geschrei verklungen war. »Pass auf, mach einmal deinen Mund auf. Sag »A«, 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 »Mä«, »Mä«. »Gut, das ist schon ganz schön. Du brauchst es mir nur genau nachzumachen. Sieh mal so.« »Mä«, »Mä«, »U«, 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 »Verstehst du? Sag »Schön«, »U«, »Ihihihihi«. »Schwierigkeiten, Professor. Aller Anfang ist fair«, krähte Pink Pinguin, und Wawa meinte, »Zuerst zerbricht man sich immer die Dschungel.« Begeistert über diese Unterbrechung reckte das Urmel seinen Hals. Vergnügt schlug es mit den Stummelflügeln. Professor Tibarton meinte, »Begabt ist es jedenfalls. Es kann sich nur noch nicht konzentrieren.« Da schallte ein lautes Geschrei vom Berg herab. »Ach, Herrje! Wutz hat wohl das Nest entdeckt, das sich Pink Pinguin aus meinen Hemden unter dem Bett gebaut hat.« »Ich gehe lieber hinauf«, sagte der Professor, der Schlimmes befürchtete. Er entfernte sich eilig. Doch kaum war er um das Bambusgebüsch gegangen und nicht mehr zu sehen, quäkte das Urmel. »Ha, ha, ha! Der kann sich aber freuen!« »Professor, Professor, das Urmel kann sprechen!« »Pfui, du petst!«, quietschte es empört aus der Hängematte. Als sich der Professor dem Blockhaus näherte, hörte er durch die geöffneten Fenster seltsame Geräusche. Es rumpelte, scharrte und kratzte. Das war Wutz, die Tische und Stühle herumschob. Sie rief, »Keine zehn Minuten darf man dich alleine lassen, ohne dass dir die Tiere auf der Nase herumtanzen!« »Hör mal, Wutz, das Urmel hat gesprochen!«, erschwindelte. »Es hat Mama gesagt!« »Was hat es gesagt?« »Mama! Wirklich, Mama! Und zu dir?« Sie galoppierte den Berg hinunter. »Mein Liebling, du hast Mama gesagt!« »Ach, wie süß! Mama!« Das war der schönste Tag in Wutz' Leben. Trotzdem wollte sie den Professor nun nicht länger allein lassen. Sie zog um. Alle Tiere mußten helfen. Die Hängematte und den Sonnenschirm ließen sie am Strand. Es gab genug anderen Kram, vor allem natürlich die Schlummertonne. Wutz hatte dem Urmel im Klassenraum ein Zimmer eingerichtet. Tim Tintenklecks drehte das Schild über der Tür um und malte »Urmelzimmer« auf die Rückseite. »Danz allein für mich?«, fragte das Urmel aufgeregt. Ping Pinguin war ein wenig beleidigt. Er watschelte den Abhang hinunter, indem er leise vor sich hin schnatterte. »So etwas Ungerechtes! Kaum auf der Welt und vorn ein eigenes Zimmer! Aber wenn ich mir unter dem Bett eine ganz kleine, befeilende Mupfel baue, kriege ich Pfimpfe! Traurig, traurig! Selefant hat recht! Er wird mich verstehen! Ich will hinauspfimmen und mit ihm traurige Lieder singen!« Er betrachtete betrübt das weite Meer. Dann stürzte er sich kopfüber hinein. Währenddessen lag Wawa vergnügt in seiner Muschel. Er klappte die Schale über sich zu und rollte sich zusammen. Er blinzelte an die schimmernde Decke und dachte, »Wie schön! Die Sonne geht auf und unter und schiet über mich hinweg, und der Mond geht auf und unter und schiet über mich hinweg, und ich, und ich...« »Ach, es ist eigentlich doch sehr langweilig, so allein!« Er schlüpfte aus seinem Gehäuse. Er wollte Pink Pinguin rufen, doch seine Stimme war nicht so kräftig. Es kam immer nur ein Zischen heraus. Nichts gab ihm Antwort. Das Meer rauschte, und die Insel lag unter der glühenden Sonne. Manchmal klangen Bruchstücke von Selefants Lied zu ihm herüber, vermischt mit einem seltsam krächzenden Beiklang. Wawa beachtete es nicht. Immer eifriger suchte er, und schließlich erklomm er den Berg. Zwar waren oben alle friedlich und heiter, aber von Pink Pinguin fehlte auch hier jede Spur. Aus Urmels neuem Kinderzimmer klang Wutz gemütliches Grunzen. Neugierig erklomm Wawa die Wand und duckte sich aufs Fensterbrett. In der Dämmerung des Raumes lag das Urmel zusammengerollt auf einer Matratze. Wutz hockte im Schaukelstuhl und erzählte das Märchen vom armen Schwein, das keine Kinder hatte. Wawa glitt von der Fensterbank. Er wußte, wie die Geschichte der armen Wutz weiterging. Er machte sich erneut auf die Suche, denn irgendwo mußte Pink Pinguin ja stecken. Wawa huschte durch den Wald, kletterte über Wurzeln und raschelte unter Farnkräutern. Er gelangte in Gegenden der Insel, die er noch nie betreten hatte. So weit war er um den Berg herumgewandert. Und da hörte er plötzlich eine wunderschöne Musik, die aus dem Innern des Berges zu kommen schien. Es klang wie Windesrauschen oder wie der Schall von Tausenden von Flöten. Wawa lauschte. Neugierig huschte er näher. Da öffnete sich plötzlich vor ihm ein dunkler Gang, der tief ins Berginnere hineinführte. Einen Augenblick nur zögerte Wawa. Dann verschwand sein Schwanzende aus dem Licht des Tages. Ein trauriges Löt Selefant war daran gewöhnt, allein auf dem Felsen zu liegen. Hier war es wild und zerklüftet. Das Wasser gurgelte und weißer Schaum schaukelte hin und her. Als Ping-Pinguin vor Selefant auftauchte, blickte er ihn verwundert an. Selten besuchten ihn die anderen Tiere. »Est weder ein Eisberg angekommen, oder was sonst?« »Nichts«, krähte Ping-Pinguin. Er hüpfte aus dem Wasser. »Ich bin traurig. Ich möchte mit dir singen.« »Ein trauriges Löt! Es könnte schön sein, traurige Löt, doch zusammen zu singen.« »O Wolken, Wind und rauhe See, uns ist ums Herz so seltsam weh.« »Die Wolken sehen, es schäumt der Gäst, bis das mein armes Herz zerbricht.« »Aber am blauen Himmel war nicht das kleinste Wölkchen zu sehen.« Deshalb brummte der Hubschrauber von König Futsch auch so ruhig über den Ozean. Seine Majestät hielt das Steuer lässig. Der Tropenhelm hing schief auf seinem Kopf, und das geladene Gewehr lag quer über seinen Knien. Mit halb geschlossenen Augen saß Sami auf dem Nebensitz. Die Sonne brannte. Sami gähnte. »Och, Majestät, wie weit ist es denn noch zu dieser Insel mit dem Ungeheuer? Sucht den Horizont ab. Wir müssten sie bald erreichen.« Träge führte Sami das Fernglas an die Augen. »Wasser, Wasser, Wasser, nichts als Wasser.« »Oder Halt!« »Vielleicht ist der dunkle Streifen am Horizont dort Land.« »Wir haben es geschafft. Es ist eine Insel mit einem Berg.« Der König drosselte den Motor. »Und das Ungeheuer! Siehst du es?« »Nein, oder...« »Sollte dies das Ungeheuer sein?« »Vor der Insel ist eine Felsplatte im Wasser, und auf ihr sitzt ein großes Tier. Wir wollen es ansehen.« Der König steuerte auf das Riff zu. Aber sie sahen nichts. Seelefant und Ping-Pinguin verbargen sich unter einem Vorsprung. Der König landete in der Mitte der Felsplatte. Er stellte den Motor ab, entsicherte die Büchse und sprang aus der Maschine. »Hier war aber bestimmt ein Tier!« sagte Sami. »Es wird sich versteckt haben. Suchen wir!« Auf Zehenspitzen schlichen sie am Rand der Steinplatte entlang und schauten zwischen die aus dem Wasser ragenden Felszacken. »Komischer Tag heute! Immer so kriege ich Besuch!« Der König warf sich auf den Bauch, um hinabzuschauen. Seine Nase stieß fast an Seelefants Schnauze. »Guten Tag! Sind Sie etwa auch traurig?« König Futsch zuckte zusammen. Da löste sich ein Schuß. »Peng!« Aber er ging in die Luft. »Futsch ist Futsch!« »Sami! Das Tier redet und kennt meinen Spitznamen!« Auch Sami war zunächst sehr erschrocken, aber er beruhigte sich, als er Seelefants gutmütige Augen sah. Er warf sich neben seinen König auf den Boden und schrie begeistert, »Sie sprechen wirklich!« »Ich wette, das ist ein Werk dieses komischen Professors, aber wer kann uns angekündigt haben?« »Gar niemand! Gehört euch diese fliegende Mupfel?« »Das ist doch das Tollste, was ich bisher erlebt habe. Kommt nur herauf, ihr zwei! Wir tun euch nichts!« »Also gut!« krähte Ping-Pinguin. Die beiden Tiere erklommen die Felsplatte. Der König und Sami hockten sich nieder. »Bist du wirklich ein richtiger König?« fragte Ping-Pinguin ungläubig. »Ja, aber man hat mir die Krone weggenommen.« »Oh, wird traurig!« »Und was wollt ihr bei uns?« »Wir suchen ein grässliches Ungeheuer. Kennt ihr es?« »Hahaha! Ungeheuer! Na, wenn ich das Wutz erzähle, wird sie dir vielleicht ein paar unfreundliche Dinge sagen.« »Wer ist diese Wutz?« »Wutz! Du kennst Wutz nicht? Sie führt dem Professor den Haushalt, und sie zieht das Omel auf.« »Wir haben es! Ich muß es haben! Tod oder lebendig!« Ping-Pinguin zuckte zusammen. Er saß kerzengerade und starrte den König an. Plötzlich sprang er kopfüber ins Wasser und war verschwunden. »Was war das?« »Ich weiß nicht. Er scheint nicht mehr traurig zu sein. Aber ich bin es weder.« »Jedenfalls habe ich Hunger,« meldete sich Sami. »Gut, dann werden wir hier picknicken.« Sami brachte den Esskorb aus der Kabine. Er breitete ein weißes Tuch aus, und sie schmausten. Interessiert schaute Seelefant ihnen zu. Seine Schnauze wanderte von einem zum anderen. Aber als ihm Sami ein Stückchen Käse reichte, rümpfte er die Nase. »Sehr etwas eßt er!« »Kreis – nicht mehr traurig zu sein.« »Kreis – nicht mehr traurig zu sein.« »Kreis – nicht mehr traurig zu sein.« Musik Wohin bloß mit dem Urmel? Vergessen waren die Muschel und aller Ärger. Ping-Pinguin wußte, dem Urmel drohte Gefahr. Er fand das Blockhaus im tiefsten Frieden vor. Wutz sonnte sich auf der Türschwelle. Sie schlummerte und grunzte leise im Traum. Schusch kauerte hinter der Hausecke. Seine runden Augen leuchteten unternehmungslustig. »Stell! Ich will Wutz ins Hinterteil zwecken. Machst du mit?« Ping-Pinguin schüttelte den Kopf. »Nein! Aufwachen! Aufwachen!« Er watschelte eilig ins Arbeitszimmer. Wutz sprang auf und schnaufte. »Bist du schon wieder da? Du kannst aber was erleben, öff, öff, wenn du noch einmal die Hemden aus dem Schrank zerrst!« Professor Habakuk-Tibaton legte erstaunt den Federhalter aus der Hand. Tim-Tintenklecks und das Urmel kamen. Alle schauten Ping-Pinguin gespannt an. Ping-Pinguin fragte, »Wo ist das Urmel?« »Hier! Bist du der Schweinefee begegnet?« »Nein! Aber einem König ohne Krone!« »Wie aufregend! Öff! Wie sieht er aus?« »Er kam in einer fliegenden Mupfel. Er hatte einen Helm auf dem Kopf.« »Ein Ritter? Er will das Urmel schießen. Nur mich?« Das Urmel reckte sich stolz. Der Professor wurde blass. »Aber woher kann er es nur wissen? Sollte etwa Zwengelmann?« »Die Flaschenpost, o ich eitler, eingebildeter Dummkopf!« Wutz blickte ihn düster an. »Das werde ich dir nie verzeihen! Öff! Mein armes Kleines!« Große Tränen rannen aus ihren Augen. »Aber ich werde diesen König mit meinen Klauen zermalmen!« Tim Tintenklecks meinte, »das Urmel muss versteckt werden!« »Ich will aber den Tönig sehen! Ich habe noch nie einen Tönig gesehen!« Wutz trabte aufgeregt durch die Stube. »Aber wo?« fragte sie. Sie suchte nach einem geeigneten Versteck. Sie rutschte unter das Bett, schnüffelte unter den Schrank, in den Papierkorb. Sie war ganz und gar kopflos. »Am besten sperren wir es in sein Zimmer, machen Tür und Fenster zu und lassen niemanden hinein!« meinte Professor Tibarton. Es hat aber noch nie Kinder gegeben, die sich gern einsperren ließen, und das Urmel gehörte sowieso nicht zu den Artigsten. Es zeterte und schrie fürchterlich. Mit Mühe und Not und vielen Versprechungen brachten sie es schließlich doch in sein Zimmer, und es versprach sogar, sich still zu verhalten. Sie atmeten auf und gelobten feierlich, gar nicht zu wissen, was ein Urmel sei. Wie eine Libelle schwirrte der Hubschrauber bald über den Ozean zum Berg. Er umkreiste das Blockhaus. Dann schwebte er über die Baumwipfel und sank den Abhang zum Strand hinunter. Das Motorgeräusch verstummte. »Wir wollen ihn begrüßen«, sagte der Professor. »Vielleicht können wir den König zum Freund gewinnen.« »Oh ja, zu meinem Freund«, quäkte das Urmel durch das geschlossene Fenster. »Oh Himmel, ist das Kind ungezogen!« »Ich überlege nur, ob der König uns glauben wird, daß wir nichts vom Urmel wessen, wenn er das Törschild läst. »Urmelsämmer!« »Du hast recht.« »Oh, ich fürchte, wir sind schlechte Lügner«, brummte der Professor. Tim Tintenklecks drehte das Schild um. Nun hieß es wieder Habakuk-Tibatungs-Tiersprechschule. Unterricht freiwillig nach Vereinbarung. Tod oder lebendig Der König war auf dem Strand gelandet. Nun beobachtete er die Karawane des Professors durchs Fernglas. Sie bewegte sich den gewundenen Weg hinab. Es war ein unvergesslicher Anblick. Hinter dem Professor trottete ein Schwein. Ihm folgten ein Pinguin und ein Schuhschnabel. Und als Schlusslicht leuchteten die roten Haare eines Jungen. Als er auf den König zutrat, rief Professor Tibatung »Willkommen auf der Insel des Friedens zwischen Mensch und Tier!« Er hatte sich diese Worte zurechtgelegt und fand sie sehr klug. Die Menschen reichten sich die Hände. Die Tiere schauten mit schiefgelegten Köpfen zu. König Pomponel hatte sich einen Plan gemacht. Er wollte dem Professor das Urmel durch Schmeichelei ablocken. »Es ist mir eine große Ehre, den berühmten Professor Tibatung kennenzulernen. Schon lange bewundere ich Sie. Man wird noch in Jahrhunderten von Ihnen sprechen.« Nicht doch, wehrte der Professor bescheiden ab. Aber seine Augen strahlten. Er war so leichtsinnig, den König in sein Haus einzuladen. Während sie nebeneinander den Berg hinaufgingen, plauderte König Futsch ununterbrochen weiter. Ja, er tätschelte Wutz sogar aufs Hinterteil. Sie wurde rot vor Freude. Durch seine Liebenswürdigkeit nahm der König alle für sich ein. »Schön ist es hier«, rief er vor dem Blockhaus. »Und hier ist also die berühmte Tiersprechschule. Darf ich Sie besichtigen?« Der Professor war von seiner Majestät so angetan, dass er alle Vorsicht vergaß. Ohne Zögern ging er auf die Tür zu, aber da lief Wutz ihm vor die Füße. »Nein, es ist doch nicht aufgeräumt!« Das Urmel preßte innen sein Ohr an die Tür. Es wollte alles hören. Jetzt verzog es enttäuscht seine Schnauze. Professor Habakuk Tibaton war verlegen. Er murmelte etwas von einem verlorenen Schlüssel. Dann führte er den König ins Arbeitszimmer. Seine Majestät und Sami zwinkerten sich zu. Das hieß »Aha!« Da ist das Urmel also. Oh, wie unaufgeräumt war erst das Arbeitszimmer! Wutz schämte sich. Sie klapperte am Herd mit Topf und Deckel, um Tee zu kochen. Da keine andere Sitzgelegenheit vorhanden war als ein wackeliger Stuhl, ließen sich der König und Sami auf des Professors Bett nieder. Man plauderte eine Weile miteinander. Man schlurfte den von Wutz zubereiteten Tee. König Futsch sagte, er wolle in Zukunft seinen Haushalt ebenfalls einem Schwein anvertrauen. Plötzlich aber fragte er »Und wo ist nun das Urmel?« »Das Urmel, Majestät, was meinen Sie?« »Aber mein Lieber, Professor Tibarton, der Entdecker des Urmelfracks, mich, was ich meine.« »Majestät, ich muß leider gestehen. Ich habe mich geirrt. Es gibt kein Urmel.« »Und die Flaschenpost?« »Nur ein Scherz, Majestät.« Der König wußte natürlich, daß der Professor log. Er beschloss, ihn einzuschüchtern. Er sagte »Professor, ich lasse mich nicht anschwindeln. Ich habe geschworen, das Urmel tot oder lebendig nach Pompolon zu bringen. Ich werde nach dem Urmel suchen, bis ich es gefunden habe. Ich habe eine sichere Hand. Ich schieße scharf. Geben Sie es lieber freiwillig heraus. Ich zahle einen hohen Preis, und es bleibt am Leben. Es wird ihm in unserem Tierpark gut gehen.« Wutz stand hinter seiner Majestät. Sie fletschte ihre Zähne. Es sah furchterregend aus. Der Professor hob verwirrt die Hände. »Majestät, bitte wechseln Sie das Thema.« König Futsch dachte einen Augenblick nach. »Gut, sprechen wir von etwas anderem.« »Vielleicht, lieber Professor, kehre ich nämlich nie wieder nach Pompolon zurück.« »Ja, ich möchte hierbleiben. Sie sind alle so reizend. Die Insel ist herrlich. Wir bauen einen gemütlichen Palast. Oh, wir werden uns gut vertragen. Ich ernenne Sie alle zu Hofbeamten. Und Ihr Schwein, Verzeihung, ich meine, Ihre Haushälterin wird die königliche Küche führen.« Da ging plötzlich die Tür auf. Ein Nilpferdähnlicher Kopf bog sich um den Pfosten. »Und was werde ich? Ich will Tönigin werden oder Prinzessin oder...« »Was ist das? Sie haben mich belogen, Professor!« Der König sprang auf, riß das Gewehr an die Wange und schoss. Ein Schuss peitschte durch den Raum. Der Belk splitterte. Der König lag auf dem Bett, denn Tim Tintenklecks hatte sich blitzschnell über ihn geworfen. Durch den Wald aber jagte das zu Tode erschrockene Urmel. Es sauste quietschend geradeaus. Ohne Ziel, unter den Bäumen dahin sprang über Löcher und Steine. Lief, lief, lief. Alle waren wie versteinert. Auch König Pomponell war verlegen. Er schämte sich sogar. Einmal, weil er so erschrocken war, dass er fast unfreiwillig geschossen hatte. Zum anderen, weil er nicht getroffen hatte. Denn das war doch eine Schande. »Böse«, sagte er zum Professor. »Sie! Sie haben gelogen! Nun werde ich das Urmel erst recht suchen! Komm, Sami!« Sie verließen das Blockhaus, ohne sich noch einmal umzudrehen. Jagd auf das Urmel Ganz still war es jetzt im Raum. Schließlich räusperte sich Wutz. Sie grunzte gerührt. »Danke, Tim-Tinten-Klecks! Öff! Du hast das Urmel gerettet! Öff! Öff!« »Oh! Das war doch selbstverständlich! Aber was soll nun geschehen? Wir müssen das Urmel sofort so verstecken, dass es der König nie finden kann!« »Ganz schön und gut! Öff! Aber dazu müssen wir es erst selbst wieder finden! Wo kann es nur stecken?« Wutz öffnete die Tür und quiekte hinaus. »Urmel! Urmel! Komm nach Hause! Wir sind allein! Der böse König ist fort!« Nichts rührte sich. Nur die Grillen zirpten. Und Pink Pinguin fragte, »Wo ist eigentlich Wawa? Ich suche ihn von Lange!« »Ja, wo steckte Wawa?« Die Lage wurde immer schwieriger. Professor Habakuk-Tibaton dachte nach. Dann sagte er, »Das Urmel befindet sich in Lebensgefahr, solange wir es nicht sicher versteckt haben und solange der König es jagen will. Deshalb müssen wir zweierlei tun. Einerseits müssen wir das Urmel finden und andererseits müssen wir versuchen, den König umzustimmen. Wir teilen uns.« Wutz und Pink Pinguin gehen gemeinsam auf die Suche nach dem Urmel. »Schusch fliegt über die Insel. Tim Tintenklecks und ich aber werden ein offenes Wort mit dem König reden.« Der Professor und Tim Tintenklecks eilten an den Strand. Die Jacke des Professors flatterte wie eine Fahne im Wind. Vergeblich! Sie waren noch gar nicht unten, da war der König schon wieder oben. Oben in der Luft nämlich, mit seinem Hubschrauber. Er war sofort aufgestiegen, um das Urmel aus der Luft zu verfolgen. Nur Sami war da geblieben. Er richtete in der früheren Urmel-Babystube das Jagdlager her. »Haja Safari!« Er machte die Hängematte zum königlichen Bett, er spannte den Sonnenschirm auf und verteilte die Kleider auf Bügeln in den Ästen. Als ihn Tim Tintenklecks mit der Bitte anredete, ihnen zu helfen, zuckte er nur die Achseln. »Nicht zu machen! Seine Majestät ist jetzt wütend, da lässt er nicht mit sich reden!« Es hatte wohl keinen Sinn, auf die Rückkehr des Königs zu warten. Für sie unerreichbar kreiste er über der Insel. Bedrückt traten Tibatong und Tim den Rückweg an. Genauso erfolglos blieb Schusch. Er kreiste mehrmals über die Insel, entweder direkt über den Baumwipfeln oder hoch unter den Wolken. Vergeblich! Von dem Urmel war nichts zu entdecken. Schusch glitt mit ausgebreiteten Flügeln über Täler und Höhen, und schließlich flog er sogar hinüber zu Seelefant. Seelefant unterbrach sein Lied. Mit gerunzelter Stirn brummte er. »Das ist ein seltsamer Tag. Immerzu bekomme ich Besuch. Nicht, daß ich mich nicht darüber freue. Aber könntet er es nicht ein wenig verteilen?« »Ist das Urmel her?« »Ach nein, das auch noch. Wenn du ihm begegnest, sag ihm doch, es möchte ein andermal kommen.« Schusch starrte in die schäumende See. Wie hoffnungslos war doch alles. Wo aber war das Urmel nun wirklich? War es verzaubert? Hatte es der Erdboden verschluckt? Es war gerannt und gerannt und wußte selbst am allerwenigsten, wohin. Lange, lange, bis seine Kräfte nachließen. Dann duckte es sich schnaufend unter ein Gebüsch. Da blickte es in ein funkelndes Augenpaar. »Hilfe!« schrie es entsetzt. »Ach, du hast mich ganz schön erschreckt. Wie kommst du denn hierher?« »Hilfe! Der König! Ping! Urmelfutsch!« »Wie bitte?« »Biff, paff! Bum! 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 Aua! Aua! Aua!« »Sonderbar!« »Danz, dann schrecklich! Ich bin durch und durch ersossen! Mausetot! Urmeltot! Bloß, weil ich auch eine Prinzessin oder so etwas Ähnliches werden wollte!« Wawa verstand noch immer nicht. Er hatte ja seine Muschel verlassen, lange bevor der König auf die Insel kam. Und als er dem geheimnisvollen Klang in die Höhle gefolgt war, sah und hörte er nichts mehr von all dem, was draußen geschah. Es dauerte also lange, bis er wenigstens das Allernötigste begriff. Endlich rief er, »Ich weiß ein sicheres Versteck für dich. Ich bringe dich in eine wundervolle Höhle.« »Ich will aber nicht in die Hölle!« »Rasch, rasch!« drängte Wawa, denn gerade jetzt wurden die Äste im Wirbelwind des Hubschraubers flach gebürstet. Wawa zog das ängstliche Geschöpf zum Höhleneingang, und kaum umfing sie das Dämmerlicht, tönte leise aus dem Berg die wunderbare Musik. Verzaubert stellte das Urmel die Fledermausohren hoch. »Hier bist du sicher! Bleib aber an dieser Stelle! Rühr dich nicht! Geh weder hinein noch hinaus! Ich lasse dich jetzt allein um den anderen zu sagen, dass ich dich gerettet habe!« Stolz schlüpfte Wawa hinaus. Erst überkam das Urmel ein Gefühl schrecklicher Verlassenheit. Nach und nach aber überwog seine Neugier. Zunächst schnupperte es nur in die Richtung, aus der die Töne und ein ganz zarter Duft kamen. Schließlich aber setzte es zögernd einen Fuß vor den anderen. Den Schwanz hinter sich herschleifend, drang es immer tiefer ins Unbekannte vor. Der Postbote im Schwarzenhof Die Fenster und Türen des Arbeitszimmers standen weit offen. Die Papiere flatterten vom Schreibtisch und tanzten über den Boden. Niemand hob sie auf. Dem Professor war alles gleichgültig. Wo war das Urmel? Immer wieder erschütterte das Donnern des Hubschraubers das Haus. Die Wände zitterten. Im Schrank klirrte das Geschirr. Sie waren alle hierher zurückgekehrt, in der Hoffnung, von den anderen gute Nachrichten zu hören. Umsonst. Es gab nur einen Trost. Wenn sie das Urmel nicht gefunden hatten, würde es der König vielleicht auch nicht entdecken. Und solange er noch über der Insel kreiste, war es ja wohl auch so. Wo Wutz den Boden anstarrte, bildeten sich kleine Pfützen von ihren Tränen. Sie schnaubte. »Gib mir mal dein Taschentuch, öff, öff, Tim. Heute Nacht falle ich über den schlafenden König her, öff, öff. Oh, ich kann fürchterlich sein, wie ein Tiger. Nein, wie ein Drache. Ich sehe dich schon feuerspucken. Ach, nein, Wutz, du würdest ihn womöglich verwunden. Nur verwunden, Professor, zerfleischen.« Aber der Professor schüttelte den Kopf. »Ich hab's. Wer sägen seinem Pflegedenkst, da?« Hubschrauber. »Mehr ganz egal. Jedenfalls sägen wir ihm diese fair langen Dinger, die über ihm herumwerbeln, ab. Dann kann er nicht mehr pflegen. Los, Temtentenklecks, wo ist der Säge?« Aber der Professor war dagegen. Selbst wenn uns das gelänge, würde der König die Jagd zu Fuß fortsetzen und könnte die Insel nie mehr verlassen. Das war ein schrecklicher Gedanke. Endlich beschloss Habakuk Tibatong, es noch einmal mit Güte zu versuchen. Als der Hubschrauber am Strand niederging und sein Dröhnen verstummte, verfaßte der Professor einen langen, höflichen Brief an den König. Er bat seine Majestät inständig, der Insel den Frieden wiederzugeben. Ping-Pinguin nahm den Brief in den Schnabel und watschelte hinaus. König Futsch, der Erste, lag in Urmels Hängematte und kaute wütend an einem Halm. Er war bitterböse. Das Urmel war ihm entkommen. Zwanzig, ja, dreißig Mal war er über der Insel gekreist und hatte doch nichts gefunden. Donnerwetter! Er, der König, ließ sich nicht an der Nase herumführen. Ein rothaariger Junge, ein Schwein, ein Pinguin und ein Schuhschnabel sollten klüger sein als er. Versöhnlich war er also nicht gestimmt, als Ping-Pinguin erschienen. Leider. Sami füllte gerade aus einem Reservekanister neues Benzin in den Flugzeugtank, als der Postbote im schwarzen Frack um die Bambushecke watschelte. König Futsch spuckte den Halm aus. »Was willst du denn?« Ping-Pinguin reckte sich. Er streckte seinen Schnabel mit dem Brief so hoch wie möglich. Der König nahm das Kuvert, nachlässig überflog er die Zeilen. Dann zerriß er das Papier und warf die Fetzen in den Wind. »Gefühlst du, Seleih! Ihr sollt mich jetzt erst richtig kennenlernen. »Ksch, ksch! Fort mit dir! Oder du lernst fliegen!« Er griff nach seinem Gewehr. Oh, da hüpfte Ping-Pinguin. Er schnatterte und gackerte, und König Futsch lachte, bis ihm die Tränen kamen. »Sami, ich habe eine Idee. Wir bauen aus Stämmen und Bambus einen Käfig, eine Falle, Einen hübschen, großen und festen Käfig, dem man nicht ansieht, daß er ein Käfig ist. Wir konstruieren eine Tür, die nie wieder aufgeht, wenn ein gewisses Tier hineingekrochen ist. Aber wenn es das Schwein sein wird? Nun, dieses Urmel scheint recht neugierig zu sein, und außerdem will es, wie alle Kinder, alles haben, was es sieht. Wenn wir unsere Falle hier aufstellen und auf eine Tafel Urmelhaus schreiben, meinst du, es würde jemand anderen zuerst hineinlassen? Wir fliegen scheinbar weg. Kaum sind wir verschwunden, werden alle an den Strand laufen, das Haus entdecken, und das Urmel wird hinein stolzieren. Bums! Schnapp! Die Tür fällt zu, und es sitzt in der Patsche. Dann kommen wir zurück, lassen ein Seil aus dem Flugzeug herab, haken den Käfig an und fliegen mit ihm nach Pompolon an die Arbeit. Als die Axthiebe schallten und die Säge kreischte, sank das Bambusrohr rauschend zu Boden. »Was bedeutet das nun wieder?« fragte Professor Tibarton besorgt. Aber als die Tiere gerade zu grunzen und zu schnattern begannen, huschte Wawa über die Türschwelle und rief atemlos, »Hört mal alle zu! Ich habe das Urmel gerettet!« »Schnapp!« Musik So schrecklich allein. Die Höhle. In welch wunderbare Welt drang das Urmel da ein? Wäre nicht die leisen Töne zu hören gewesen, die manchmal anschwollen und dann wieder verstummten, hätte hier Grabes Stille geherrscht. Schritt für Schritt tappte das Urmel voran. Sein schwerer Schwanz schleifte überkollerndes Geröll. Unheimlich hallte es von den Wänden wieder. Urmels Herz bummerte. Wawa hatte ihm verboten, weiterzugehen. Das Urmel fürchtete sich. Dennoch etwas Unerklärbares trieb es voran. Vielleicht ein Erbteil seiner Urmel-Urureltern, die in grauer Vorzeit in Grotten und Höhlen gehaust hatten? Obwohl es immer dunkler wurde und der Tag in Urmels Rücken ganz verblaßte, hältte es sich vor ihm auf. Und nun, als der Gang eine Biegung machte, schimmerten die Wände weißlich. Einen Augenblick verharrte das Urmel mit angelegten Ohren und vorgestrecktem Hals. Dann tappte es weiter. Noch einige Schritte. Nun mündete der Gang in einem unermesslichen großen Kuppelraum. Stumm vor Staunen stand das Urmel da. Vor ihm lag ein kristallklarer Unterweltsee, umgeben von bizarren Säulen, seltsamen Mineralgewächsen und Vorhängen aus weißrötlich schimmernden Tropfsteinen. War dies das Schloss einer Märchenfee? Das Wasser füllte ein weites Becken. Es schimmerte von innen grün herauf und überstrahlte alles. Ringsum blitzte und funkelte es. In der Mitte aber erhob sich ein klobiger Felsbrocken. Eine braunrote Riesenkrabbe umkrallte ihn mit grässlichen Spinnenbeinen und stierte das Urmel an. Das Urmel stieß entsetzte Laute aus. »Ach! Ach! Ach!« Die Riesenkrabbe rührte sich nicht. Sie wendete aber auch keines der wie aufgespießte Glaskugeln wirkenden Augen von ihm. Und zu allem Grausigen und Wunderbaren kam noch dieses Tönen aus Hunderten von Orgelpfeifen. Selbst Professor Tibarton brauchte später seinen ganzen Scharfsinn, um die natürliche Erklärung für diese sonderbare Naturerscheinung zu finden. Wäre nur die Krabbe nicht gewesen. Noch nie hatte Urmel ein so grässliches Geschöpf erblickt. »Du, du, 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 äh, Tag!« »Keine Bewegung.« »Ich, ich, ich, ich tu dir da, das, be, be, bestimmt nix. »I, ich, ich, ich freu mich, mich, dich kennenzulernen.« Keine Antwort. Nichts. Das Urmel fühlte ein trockenes Kratzen im Hals. Wäre es doch nur nicht so schrecklich allein. Wäre nur Wawa hier. Ach, und vor allem, warum nur war es das einzige Urmel der Welt? Daher kam schließlich all sein Unglück. Niemand würde es jagen, wenn es ein ganz gewöhnliches Tier wäre. Hätte es nur wenigstens einen Bruder oder eine Schwester, sollte es hier je wieder lebendig herauskommen, wollte es Professor Tibatung bitten, ihm ein Urmel-Geschwisterchen zu schenken. Allmählich faßte das Urmel wieder Mut und schob sich vorsichtig mit vielen Pausen zum See hinab. Aber was war nun das? War dies eine Zauberhöhle, in der ihm jeder Wunsch erfüllt wurde? Das Urmel schaute ins Wasser. Es blinzelte. Es klapperte mit den Augenlidern. Sein Hals wurde lang, ganz lang. Seine Schnauze schob sich dicht am Boden voran. Und aus dem See hob sich ihm die lustig dicke Nilpferdnase eines zweiten Urmels entgegen. Es blinzelte, verzog sein Maul zu einem breiten Grinsen, kam näher, wurde größer, sah ihm in die ungläubigen Augen. Vergessen war all das Unheimliche. Das Urmel setzte sich ans Wasser, schlang den Schwanz um seine Beine, und das andere Urmel machte es ebenso. Sie schauten sich glücklich an. Langsam neigte das Urmel seinen Kopf. Das andere kam ihm entgegen, und das Urmel schloß die Augen, um seinem Geschwisterchen einen Kuss zu geben. Aber puh! Nass war diese Schnauze. Das Urmel schnaubte, nieste und riß die Augen auf. Sein Ebenbild war verschwunden. Es hatte sich in zahllose Wasserkringel aufgelöst. Ein Schluchzen kam aus des Urmels Brust. »Knärr, knärr«, machte die Riesenkrabbe. Das Urmel sprang auf und sauste davon, als sei der Teufel hinter ihm her. Fort, nur fort, an den äußersten Rand der Höhle und hinter sichere Tropfsteinsäulen. Im Boden klafften Spalten, und der betäubende Geruch, der schon am Eingang spürbar gewesen war, verstärkte sich. Das Urmel schnüffelte. Es kroch an eine kraterartige Öffnung heran. Dieser entquoll ein Erdgas. Schnuppernd stand nun seine Nase darüber. Das Urmel atmete kräftig ein. Zuerst stieg nur ein gluckerndes Kichern aus des Urmels Bauch. Es wurde ein Gelächter, das seinen ganzen Körper erschütterte. Das Urmel lachte, bis ihm die Tränen kamen. Sein Leib wogte und bebte. Es fiel nieder, wierte, röchelte, japste. Der riesige Kuppelraum wurde erfüllt von diesem tosenden Gelächter. Es schallte aus allen Winkeln. Das Echo verfing sich, wurde zurückgeworfen, halte hin und her. Die Wölbung bebte. Die hängenden Tropfsteine gerieten in Schwingung. Kleine Stücke lösten sich, prasselten herab. Und eine kaum daumengroße Zacke traf das Urmel mitten auf die Stirn. Augenblicklich wurde es totenstill ringsum. Das Urmel sank schlaff zusammen. Sein Kopf schlug aufs Geröll. Kleine Blutstropfen perlten zwischen den Augen. Starr schaute die Riesenkrabbe. Oder bewegten sich ihre Spinnenbeine? Starr schaute die Riesenkrabbe. In der Höhle des Ungeheuers Oben im Blockhaus herrschte die fröhlichste Stimmung. Zwar dröhnten die Hiebe der Axt, kreischten die Sägezähne seit Stunden, aber wen kümmerte das noch? Sie hatten das Urmel gerettet. Nur Pink Pinguin war voll Zorn auf den König. Er kletterte auf den einzigen Stuhl, um über die Fensterbrüstung zu schauen, aber er sah nur Baumwipfel und weit unten das Meer. Hoffentlich baut er nicht von sein Floß! Es war Nachmittag. Wutz trabte freudig hin und her. Sie war dabei, ein Fresskörbchen zu packen mit Bananen und Ananas und Orangen. Professor Tibatong war auf andere Art erregt. Er zeichnete einen Querschnitt des Berges auf ein Papier mit der Höhle und dem See im Innern. Wochen fleißiger Forschungsarbeit lagen vor ihm. Wieso leuchtete der Kristallsee? Und wie entstand die orgelartige Musik? Es drängte ihn, die Höhle zu sehen. Tim Tintenglecks! Tim Tintenglecks! Ich würde mich nicht wundern, wenn wir die Heimat des unsichtbaren Fisches gefunden hätten. Wie willst du das denn wessen, wenn du ihn nicht sehen kannst? Schusch rieb ungläubig seine Schnabelkanten aufeinander. Auf jeden Fall sitscht ein zuscheußliches Ungeheuer drin. Hoffentlich ist das Ohmel nicht weiter hineingegangen. Es ist immer so ungezogen. Das Ohmel ist nie ungezogen. Öff! grunzte Wutz. Jedoch der Gedanke an das Ungeheuer ließ auch ihr keine Ruhe. Sie packte den Griff des Fresskörbchens mit der Schnauze und trabte zur Tür. Halt! Wawa stellte sich ihr in den Weg. Wir können doch nicht einfach alle zusammen gehen wie auf einen Spaziergang. Wenn uns der König aus dem Flugzeug sieht, weiß er ja gleich, wo das Ohmel ist. Wir müssen einzeln hinschleichen. So liefen, huschten, wackelten und trabten sich einer nach dem anderen aus dem Haus. Dann schlichen sie, von Wawa geführt, unter den Bäumen zur Höhle. Der Eingang lag versteckt unter Eichen und war umwuchert von Disteln, Agaven und Kakteen. Wutz verschwendete keinen Blick an die verwunschene Umgebung. Mit dem Körbchen im Maul trabte sie als erste in den Felsengang. Ringsum Dämmerung und düstere Steine. Von dem Ohmel keine Spur. Hier habe ich es zurückgelassen. Äf, äf, Urmel, Urmel, Urmeli. Nur ein Echo schallte aus dem Berg. Natürlich war es ungezogen. Bist du sicher, dass dies die richtige Höhle ist? Wawa war ganz sicher. Und der Professor drängte weiter. Ihn trieb nicht nur die Sorge um das Urmel. Ihm ließen auch die Höhle und der leuchtende See keine Ruhe. Ganz leise hörte man die winddurchwehten Töne. Wawa übernahm die Führung. Geschickt glitt er über den steinigen Boden. Ping-Pinguin und Schusch wackelten als letzte hinterher. Schließlich, nach endlosem Rutschen über Schotter, öffnete sich vor ihnen die Felsengrotte. Herrlicher noch als vor Stunden leuchtete der See in der Tiefe. »Oh, Himmel!« rief Tibarton überwältigt. »Sieht er nicht aus, als habe er die Sonne verschluckt!« Auch Tim Tintenklecks staunte. Obgleich die Höhle im magischen Licht des kristallklaren Wassers erstrahlte, herrschte doch nur eine leuchtende Dämmerung. Erst allmählich konnten sie Einzelheiten erkennen. Dann allerdings stieß Wutz ein Schreckensgrunzen aus. Der Korb kollerte mit dem Obst zum See hinab. »Oh, Professor, öff, was für ein schauderhaftes Ungetüm!« »Jedenfalls äßt es nicht, der unsichtbare Fesch.« In der Tat, es dürfte sich hier eher um ein Mitglied der Familie japanischer Riesenkrabben handeln. »Pfäußlich! Und außerdem kriegt man von diesem dauernden Geräub ganz Pfönkopfweh!« »Wo mag die Musik nur herkommen?« »Mir ganz egal! Wo ist das Urmel?« »Öff, Professor, meinst du, wäre es möglich, dass dieses Ungeheuer?« »Wie soll ich das wissen? Aber ich glaube eher, dass das Urmel sich hinter einer Säule verbirgt und mit uns verstecken spielt. Suchen wir!« »Übrigens, findet ihr auch, dass es hier etwas sonderbar riecht?« »Oh, ja! Aber ich dachte, es wäre Wutz!« Wutz warf ihm einen verächtlichen Blick zu. Sie begannen, nach dem Urmel zu suchen. Sie umschritten die Höhle im Halbkreis, bis Wawa es entdeckte. Das Urmel lag noch immer unbeweglich an derselben Stelle, und hinter ihm quoll das geheimnisvolle Erdgas aus der Felsspalte. »Oh, Professor!« schrie Wutz auf. »Ist es tot?« »Ich weiß nicht.« Professor Tibarton wirkte geisterbleich. Er beugte sich nieder und tupfte dem Urmel die Blutstropfen von der Stirn. Die Tiere standen besorgt daneben. Ping-Pinguin krähte. »Hier stinkt es wirklich ganz fäustlich!« Er näherte seinen Schnabel der kraterartigen Öffnung. Kaum schnaufte er einmal tief, da schüttelte es auch ihn. Er kicherte, hüpfte und lachte. »Oh, bist du gemein!« »Du freust dich, weil das Urmel nicht mehr lebt!« Professor Tibarton schaute beunruhigt von dem gluckernden Pinguin zu dem stumm daliegenden Urmel. Nein, er freut sich nicht. Ihm scheint dasselbe passiert zu sein, was auch dem Urmel zugestoßen ist. Das Urmel ist nicht tot. Es wurde aber am Kopf getroffen. Wir müssen es rasch aus der Höhle bringen. Vermutlich entsteigen der Erde hier giftige Dämpfe. Vielleicht ist es auch nur Lachgas. Schusch! Bitte schaff Ping-Pinguin dort weg! Pack ihn am Kraken! Aber pass auf, daß du nicht auch in die Gaswolke gerätst! Wir anderen tragen das Urmel aus der Höhle. Tim Tintenklecks, jetzt brauche ich vor allem deine Hilfe.« Sie gelangten sicher ans Blockhaus und betteten das Urmel auf das Matratzenlager. Professor Tibarton verordnete einen nassen Wickel. Wutz legte ihn auf seine Stirn. Und als sie sich endlich ausruhen wollten, bemerkte Wawa, »Jetzt haben wir das Urmel-Schwa aus der Höhle gerettet, aber jetzt ist es nicht mehr versteckt.« »Du liebe Güte! Was man aber auch alles bedenken muss!« »Das Ludwig Wissler« »Die S Ub servicio Táje für silver, die immer die Höhle gerettet ist und jätteboy.« »Ich geb mantener meine Höhle gerettet, Der Verräter verrät sich nicht Der Mond stand rund am tiefschwarzen Himmel, und die Sterne bildeten ein funkelndes Gewölbe. Nur im Süden gibt es Nächte von solcher Schönheit. Seelefant saß schlaflos auf seinem Felsen, umgeben von einer dunklen Wasserfläche. Unendliche Schwermut erfüllte sein Herz. Voll tiefer Empfindung tönte seine kehlige Stimme. »O Mond und Stern und Himmelszelt, ich bin allein in Gottes Welt. Ich bin allein in Gottes Welt, O Mond und Stern und Himmelszelt.« König Futsch ruhte in der Hängematte. Das Lagerfeuer war halb herabgebrannt. Sami stocherte in der Glut. Dort, wo noch heute Morgen die Bambushecke geraschelt hatte, stand nun ein fester, allseitig geschlossener Käfig. Er war hübsch anzusehen. Über der kleinen, hochgezogenen Tür hing ein Schild. Das Urmel würde sich bestimmt sehr freuen. König Futsch aber stöhnte. »Ich kann kein Auge schließen. Diese verflickste Insel mit ihren sprechenden Tieren. Hör nur, wie dieser Seelefant jault. Seit Stunden rührt er ohne Pause unerträglich. »O Mond und Stern und Himmelszelt«, wehte es herüber. »Ruhe!« König Futsch feuerte einen Schuß übers Meer. Der scharfe Knall zerriß die Nacht. Kurz verstummte das schwermütige Lied. Doch bald klang es von Neuem. »Ich bin allein in Gottes Welt.« »Nein, das bist du eben nicht, rücksichtslose Bestie. Ich will endlich schlafen!« Sami warf ein Holzstück in die Flammen. »Majestät, meiner Meinung nach sollten wir den Professor und seine Tiere in Frieden lassen.« »Fängst du nun auch damit an?« Im Stillen hatte König Pomponel schon lange ähnliche Gedanken. Aber er wollte nun einmal nicht nachgeben. Er hatte es sich in den Kopf gesetzt, das Urmel tot oder lebendig nach Pompolon zu bringen. Was für ein Aufsehen würde das in der ganzen Welt geben! Reporter aus allen Ländern kämen angereist und fotografierten die beiden. Und alle Könige und Minister gratulierten ihm. »Ich verbiete dir, mir Moral zu predigen.« »Schlaf! Morgen wird wieder ein anstrengender Tag.« Am Morgen wurde der König von der Sonne geweckt. Der Tag strahlte. Und unter der Hängematte zischte ein Tier. »Majestät, ich habe Ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen.« »Wer bist du denn?« rief König Futsch noch halb im Traum. »Ein Feind von Professor Tibatong. Und ich weiß, wo das Urmel versteckt ist. Es ist ganz allein, und ich bin gekommen, um Sie hinzuführen. Ganz, ganz schnell!« Der König sprang aus der Hängematte. Er warf sein Gewehr über. »Großartig! Ich werde dich königlich belohnen. Komm, Sami! Auf! Urmel-Safari!« Sami reckte sich gähnend. »Bist du ein Verräter?« fragte er Wawa. Wawa blinzelte und schaute verlegen beiseite. »Führe uns!« befahl König Futsch. Sami brummte. »Jetzt haben wir die Falle wohl umsonst gebaut.« »Hauptsache, wir kriegen das Urmel! Egal wie!« Die Morgensonne leuchtete durch die offene Tür vom Urmelhaus. Das Flechtwerk warf Schattengitter auf den Boden. Das Blockhaus auf dem Berg lag noch in tiefer Ruhe. Was mochte so plötzlich in Wawa gefahren sein? Was hatten ihm das Urmel? Was Professor Tibarton getan? Um das zu erfahren, stellen wir die Zeiger der Uhr zurück auf die gestrige Abendstunde. Das Urmel lag regungslos auf der Matratze. Schusch hielt eine brennende Kerze im Schnabel. In ihrem Schein untersuchte Professor Tibarton das Urmel und hörte sein Herz ab. Er war recht zufrieden. »Atmung und Puls sind schwach. Es ist ohnmächtig. Es hat wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Es braucht Ruhe und nochmals Ruhe.« Wutz erneuerte von Zeit zu Zeit den feuchten Umschlag. Wawa kauerte auf dem Boden. »Zu schade, dass wir das Urmel nicht in der Muschel verstecken können!« »Ach, fönungerecht ist das! Das Urmel darf in die Mupfel, und ich werde rausgepfmissen!« Nun watschelte Schusch zu dem Tintenklecks. Er sollte ihm die Kerze abnehmen. Dann knarrte er. »Mehr ist was eingefallen!« »Wer müssen den König in die Höhle locken? Solange das Urmel nicht in der Höhle ist, dann kann er das Urmel nicht herfinden!« »Oh, das ist gepfeiht! Dann soll er dieses frecklich-pfäusliche Pfeuserl im See erpfießen!« Der Professor schüttelte den Kopf. »Nein, das soll er nicht, denn es ist ein seltenes Tier. Es hat bestimmt schon viel erlebt. Aber es wäre natürlich trotzdem gut, ihn in der Höhle festzuhalten, bis das Urmel wieder wohl auf ist. »Schusch, das ist eine sehr gute Idee. Erst schicken wir den König in die Höhle. Aber da findet er das Urmel nicht. Dann kommt er wieder raus, und nun kann das Urmel wieder hinein. Denn er wird dort nicht mehr nach ihm suchen. Fabelhaft!« »Alles pfön und gut! Ich gehe aber nicht noch einmal zum König und lasse auf mich pfießen!« Tim Tintenklecks meinte, »es müsste jemand zum König gehen, den er noch nicht mit uns zusammen gesehen hat. Und der müsste ihm weismachen, dass er das Urmel verraten will, weil er mit uns böse ist oder so. Und dann führt er ihn in die Höhle.« Wawa blickte beunruhigt von einem zum anderen. »Wawa! Wawa war die ganze Zeit verpfunden!« Aber Wawa wollte nicht. »Ich bin doch kein Verräter!« Nun, es gelang schließlich, ihn davon zu überzeugen, dass er eben gerade kein Verräter wäre, wenn er so täte, als ob er ein Verräter sei. Auch der Professor sah endlich ein, dass es ohne Lüge nicht ging. Ja, Tibatong hatte schwere Bedenken. Wutz war so böse auf ihn, dass sie ihn angerollte. »Aus lauter Anstand verrätst du ihm noch, dass das Urmel hier ist. Öff, wirklich, Professor, manchmal zweifel ich an deinem Verstand!« Ein Schuss und eine Staubwolke Wie wir wissen, lag der Eingang der Höhle auf der gegenüberliegenden Seite der Insel. Der Weg dorthin war weit. Sami war am ganzen Körper feucht. Die Sonne brannte, und der König nahm von Zeit zu Zeit den Tropenhelm ab, um sich die Stirn zu trocknen. Wawa glitt Behände über Moos und Steine. Nach Stunden gelangten sie endlich an den Höhleneingang. Von Meter zu Meter wurde es dunkler. Hatte Wawa es zuvor eilig gehabt, verharrte er nun an jedem Winkel. Er wollte Zeit gewinnen. Er tat aber so, als ob er nur sehr behutsam voranschleiche. Kollerte einmal ein Stein, wartete er, bis es wieder vollkommen still war. Endlich standen sie vor dem großen Kuppelraum. Hier überwältigte auch sie der märchenhafte Anblick. König Futsch stützte sich auf sein Gewehr und stieß einen bewundernden Laut aus. Es heilte von den Wänden und den farbigen Tropfsteinhöhlen wieder. Auch die Höhlenorgel tönte auf ihre unerklärliche Weise. Erst war es ein leises Rauschen, doch bald darauf war es wie ein vielstimmiges Flötenspiel. Zu allem Wunderbaren gesellte sich das Leuchten des Kristallsees. Er warf seinen opalgrünen Schein ins zackige Zierwerk der Kuppel. Die Riesenkrabbe auf dem Stein lag gerade so im Schatten, dass sie vom König noch nicht wahrgenommen wurde. Nach einer Weile des Staunens faßte er sich und fragte, »Aber wo ist nun das Urmel?« Ebenso leise antwortete der Wawa, »Es hält sich wohl irgendwo versteckt. Als sie es zum letzten Mal sah, stand es am See. Es geht aber regelmäßig zur Tränke. Entweder finden wir es, wenn wir die Höhle durchsuchen, oder wir müssen uns selbst verbergen und warten, bis es Durst bekommt.« Sami war dafür, hinter einem Felsen zu warten. Der König wollte davon nichts wissen. Daher schlichen sie geduckt herum, schauten hinter die Säulen und in die Spalten. Ein feiner Duft, der den König irgendwie erheiterte, durchzog die feuchte Luft. Plötzlich stand er vor jenem Steintopf, dem das geheimnisvolle Gas entstieg. »Sami!« rief er, aber schon mußte er unwiderstehlich lachen. Auch Sami, der seine Nase ebenfalls über die Lachsuppenschüssel hielt, begann zu kichern. Sie konnten sich bald nicht mehr fassen. Sie hüpften, wurden vom Lachen geschüttelt, die Tränen rannen über ihre Backen. Mit »Hi! Hi!« und »Ha! Ha!« fielen sie sich in die Arme. Ihre Bäuche hüpften, sie rangen nach Luft. Besorgt blickte Wawa in die Wölbung. Das Gelächter und das Brausen der Höhlenorgel erzeugten ein wirres Konzert. Aber glücklicherweise entfernten sich die beiden von der Quelle ihres Vergnügens. Die Wirkung des Gases ließ nach. Langsam kamen sie wieder zu sich. Erschöpft ließen sie sich auf den Schotter fallen und atmeten tief durch. Aber was war das? Ein Lichtstrahl blitzte durch den See, als sei ein Scheinwerfer angedreht worden. Der rote Panzer der Krabbe leuchtete auf, die Kugelaugen funkelten. »Das Urmel!« schrie König Futsch. Er riß das Gewehr an die Wange, ein Schuss peitschte durch die Höhle. Doch die Kugel prallte am Schild der Krabbe ab und schlug weit hinten ins Wasser. Aber aus dem Knall wurde ein Grollen, das hin und her rollte, gewitterte, rumpelte und böllerte und schließlich in ein ohrenbetäubendes Brasseln überging, als ob die Felswände zusammenstürzen wollten. Aus dem Eingangstunnel quoll eine mächtige Staubwolke. Sie verdunkelte das Gewölbe und brachte alle zum Husten. Als sich Dunst und Qualm gelegt hatten, sahen sie, was geschehen war. Der Höhleneingang war verschüttet, der Gang zusammengestürzt. Sie eilten hin, sie kletterten auf die Geröllhalden und rutschten herunter. Sami und der König versuchten, die Steine mit den Händen wegzuräumen, umsonst. Auch Wawa fand nirgends den winzigsten Spalt, um hindurchzuschlüpfen. Sie waren gefangen, abgeschnitten von der Welt, im Berg begraben, ohne Aussicht auf Rettung. Furcht überfiel sie. Jetzt ist alles zu Ende. Wie kommt der See in den Berg? Spät schlug das Urmel die Augen auf. Es wackelte mit den Ohren und gähnte. Dann wierte es leise. Wutz hatte die Nacht im Zimmer verbracht und auf jeden Atemzug des Patienten gelauscht. Erst als es zu dämmern begann, war sie eingeschlafen. Jetzt schreckte sie auf. Das Urmel hob den Kopf ein wenig von der Matratze, mußte ihn aber gleich wieder niederlegen. Es jammerte. »Wieso bin ich zu Hause und warum trinke ich kein Frühstück?« Wutz erhob sich. »Bleib liegen! Du bist krank!« Sie trabte zum Professor, der im Bett schnarchte. Sie schnappte den Zipfel seiner Decke und riß sie weg. »Das Urmel will frühstücken! Was darf es kriegen, öff!« »Immer das Urmel! Und weshalb wächst du mich so roh? Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan, und du schläfst hier wie ein Murmeltier. Öff, öff!« Er sah ein, daß er doch keine Ruhe mehr finden würde, angelte mit den Zehenspitzen nach den Pantoffeln und begab sich im Nachthemd ins Urmelzimmer. »Ach, Professor, ich bin in einem Berg drin gewesen, ui, und da war ein ekelhaft großes Ding, und dann, dann habe ich zu lachen müssen, und dann, und dann, dann weiß ich nichts mehr.« »Gib ihm leichte Kost, Kokosmilch und Bananenbrei, und es soll heute den ganzen Tag liegen bleiben.« »Wieso bin ich trank? Ist es sehr slim? Ist es eine besondere Trankheit, eine, die niemand anderes hat?« »Du wirst bald wieder gesund sein, wenn du brav bist.« Während sich Professor Tibatong anzog und rasierte, gingen ihm viele Gedanken durch den Kopf, wo der König sei, was es mit dem unterirdischen See für eine Bewandtnis habe, ob vielleicht wirklich der unsichtbare Fisch darin lebte, wie die Höhle überhaupt entstanden war und woher die orgelähnlichen Töne kamen. Pingpinguin und Schusch räusperten sich auf der Türschwelle, Schusch klapperte mit seinem Schnabel und bemerkte, »Sie sind weg. Ich bin vorhin über den königlichen Lagerplatz geflogen, und niemand war mehr drin.« »Und ich habe der Mupfel nachgesehen. Baba ist auch weg.« »Vielleicht sind sie schon in der Höhle.« Tim Tintenklecks fragte, »Aber wie lange kann Baba den König dort festhalten? Wann sollen wir das Urmel zurückbringen? Nie mehr, öff!« »Nein, nie, nie mehr!« In diesem Augenblick wurde der Berg von einem unterirdischen Donner erschüttert. Der Boden bebte, das Blockhaus wankte. Der Professor taumelte an die Tür. Wutz quietschte, grunzte und kreischte durcheinander. »Ein Erdbeben! Eine Explosion! Ein Vulkanausspruch! Hilfe! Hilfe!« Professor Habakuk Tibatong war so weiß geworden wie der Rasierschaum an seinem Kinn. »Die Höhle! Sie ist zusammengestürzt! Der König! Und Samion und Wawa! Gott sei ihnen gnädig! Und ich bin schuld!« Noch einmal grollte es leise. Die Stille darauf war unerträglich. »Ich sehe mal nach, was passiert ist!« Krächzte Schusch, nahm einen Anlauf, rannte über den Hof, startete und flog zum Höhleneingang. Bange Minuten mussten sie warten. Als er zurückkehrte, rief er, »Die Höhle ist wirklich zusammengestürzt! Man kann zwar noch ein Stück in den Gang hinein, aber dann ist er voller Stein und Dreck. Unmöglich, daß auch nur ein Käfer durchkommt, geschweige denn der Dekkekönig!« »Armer Wawa! Jetzt will ich seine Mupfel auch nicht mehr haben!« »Ja, es ist einerseits traurig, öff! Aber andererseits kann der König dem Omel nur nichts mehr tun, öff! Das ist die Strafe für seine Schlechtigkeit!« Habakuk Tibatong spülte seinen Seifenschaum ab und sagte, daß alles zur Rettung unternommen werden müßte, was möglich sei. »Vielleicht lebten sie ja noch!« Er begab sich mit Tim-Tinten-Klecks, Pink-Pinguin und Schusch zur Höhle, mußte aber schnell feststellen, daß es aussichtslos war, den Eingang freizuschaufeln. Durch den Geröllhaufen drang nicht das leiseste Geräusch, und doch, grübelte der Professor, es muß eine Lösung geben. Plötzlich ließ er den Stein fallen, den er in der Hand hielt, und rannte ins Blockhaus zurück. Er beugte sich über die Zeichnung des Berges, die er gestern angefertigt hatte, und die die Umrisse, die Grotte und den See im Schnitt zeigte, und rief, »wie kommt der See in den Berg?« »Hat er eine Verbindung zum Meer?« »Er könnte auch durch eine Quelle gebildet worden sein, oder vom Grundwasser,« meinte Tim-Tinten-Klecks. »Nein, du vergißt die Riesenkrabbe. Sie muß aus dem Meer kommen. Und dann das Licht. Der See leuchtet aus der Tiefe.« »Wenn es nun Tageslicht wäre. Sonnenlicht, das durch einen unterirdischen Zufluß in den See gelangt. Wir müssen den Zufluß finden, den Zustrom vom Meer. Vielleicht kennt ihn Selefant.« »Schusch, würdest du wohl?« »Schusch war bereits nur noch ein Punkt am blauen Himmel. Wo war Selefant?« »Schusch sei nicht. Nur ein nasser Fleck auf dem Felsen bewies, daß er eben noch da gewesen sein mußte.« So war es auch. Selefant nahm ein Bad. Auf dem Rücken liegend, schoß er, Schnauze voran durch die erfrischenden Fluten. Schusch strich über ihn hinweg. »Was soll das? Du ketzelst mich mit deinen Latschfüßen. Überhaupt komisch, schon am Morgen zu kommen, wenn ich gerade ein Bad nehme.« Als Schusch ihm erklärte, daß seine Hilfe gebraucht werde, hüpfte Selefant in kleinen Sprüngen auf den Felsen, um nachzudenken. »So, so, der König mit dem stänkigen Käse ist in der Hölle verschettet. Sehr, sehr traurig. Das ist ein wundervolles Thema für eine Ballade.« »O König in der Hölle, du, der du dort lägst, den Öfgero.« »Bette, Selefant, singe doch später. Ich meine, wenn wir wissen, wo der Zufluss ist.« Selefant schloß gekränkt die Schnauze. Etwas später sagte er, »Ich glaube, ein paar Fische wissen es. Meine Mutter hat ein altes Löt gesungen. Kennst du es?« Schusch kannte es nicht. Selefant fand dies traurig. Er sprang aber doch mit unnachahmlicher Leichtigkeit ins Meer, um die Fische zu befragen. Schusch wartete. Hoffentlich, dachte er, hat Selefant keinen Fesch gefunden, der seine Läder hören will. Aber konnte er unter Wasser überhaupt singen? Dies war eine so interessante Frage, dass Schusch beschloss, den Professor gelegentlich um Auskunft zu bitten. Die Riesenkrabbe erwacht Warten, 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 warten. Das mußten auch die drei Verschütteten. Lange hatten sie nach einem Ausweg gesucht. Wawa war an Felswänden und Tropfsteinsäulen emporgeklettert. Er hoffte, irgendwo einen schmalen Spalt zu finden, durch den wenigstens er sich hindurchzwängen konnte. Vergeblich. Entmutigt ließen sie sich am Ufer nieder. Der Proviant war aufgezehrt, die Flasche bis auf den letzten Tropfen ausgetrunken. Wawa kostete das Wasser des Sees, aber es war salzig wie das Meer und für Mensch und Tier ungenießbar. Die Riesenkrabbe, durch den Streifschuß aus ihrer Erstarrung geschreckt, durchbohrte sie mit ihren Kugelaugen. Sie bewegte ihre Spinnenbeine und Zangen langsam, wie wenn sie übte, als ob sie erst wieder lernte, sich zu bewegen nach vielleicht jahrhundertelanger Versteinerung. Und ständig heulte der Wind durch die Orgelpfeifen. Mal lauter, mal leiser. Längst hatte der König das Urmel vergessen. Sein einziger Gedanke war, lebend hier wieder herauszukommen. Auch Wawa fürchtete sich. Und Sami verbiß sich mühsam die Tränen. Er sehnte sich nach dem freien Himmel. Zu jeder anderen Zeit hätten sie das Schauspiel des wechselnden Lichts im unterirdischen See bewundert. Seine Farben wandelten sich mit der Tageszeit. Am hellsten strahlte er um die Mittagsstunde. Da färbte er das Gewölbe mit grünem Schimmer. Gegen Nachmittag und Abend aber wurde er gelblich, dann orange und glühte schließlich in dunklem Rot, bis alles in Schwärze überging. Dann kam die Finsternis. Zwar hatte Sami eine Taschenlampe mitgebracht, aber ihre Batterie war fast verbraucht. Ihr matter Strahl scheuchte tausende von Fledermäusen auf. Sie schwirrten durch das Gewölbe, kreisten, weil sie den Durchschlupf ins Freie nicht mehr fanden. Die Stunden schlichen dahin, als seien sie Ewigkeiten. Und das Schlimmste war, dass die Lampe allmählich verlosch. In ihrem letzten fahlen Schein sahen sie, wie sich die Riesenkrabbe unendlich langsam von ihrem Felsblock löste. Sie schob ein Bein nach dem anderen hinab und tauchte es ins Wasser. Dann wartete sie wieder Minuten oder gar Stunden, bis sie das Nächste hob und es absetzte. Zuletzt schwammen nur die stierenden Augen auf der Oberfläche. Unsere drei zogen sich nun an den Rand der Höhle zurück, aber der See schob kleine Wellen in ihre Richtung, und schließlich tauchten Panzer, Scheren und Beißwerkzeuge aus dem Wasser. Da ging die Lampe aus. Tiefe, undurchdringliche Finsternis hüllte sie ein. Die Höhlenorgel gab noch einige schwache Töne von sich. Dann verstummte sie, und über das Geröll knarrte es heran. Das große königliche Ehrenwort Strahlen stieg die Sonne am nächsten Morgen über den dunstigen Horizont des Ozeans. Schusch saß fröstelnd auf dem Felsen und wartete auf Seelefants Rückkehr. Wen mochte er in der Meerestiefe getroffen haben? Er wollte bereits seinen Posten verlassen und zur Insel zurückfliegen, als Seelefant endlich seinen Schnurrbart aus dem Wasser hob und durch die Nasenlöcher schniefte. »Ich möchte den Professor sprechen.« »Nechts läber als das! Er wartet ja schon der ganze Nacht auf Däch.« So war es auch. Unruhig ging Tibatung am Strand auf und ab, und während Wutz neben dem Urmel wachte, watschelte Pink Pinguin hinter dem Professor her. Endlich kamen Schusch und Seelefant fast gleichzeitig an. »Also, Professor, ich bin sehr, sehr tief ins Meer hinabgetaucht, um mit den Fäschen zu sprechen. Denn ich erinnerte mich plötzlich an meine Kindheit. Als ich noch ein Baby war, ich war ein sehr hübsches Baby, Professor. Nun also, damals hat mir meine liebe Mutter ein sehr, sehr trauriges Löt vorgesongen, dessen Text mir leider entfallen ist. Es geht ungefähr so. »An fernem Ort, unnahbar euren Flossen, da lög ein Sö und allein unbekannt, ein Krabbenfelsen steht dort an Metten.« »Ach, bitte, bitte, lieber Seelefant, singe uns das Lied erst später vor.« Seelefant schaute mit feuchten Augen ins Wasser. »Nun gut, also, um es denn kurz zu machen, nach langer, langer Suche fand ich einen Schwertfisch, der mich an eine Moräne weiter empfahl, und von dieser gelangte ich endlich an einen Mondfisch. Darüber wurde es natürlich Nacht. Ja, ja, so war das.« »Ich habe auch schon mal einen Mondfiff gesehen,« bemerkte Ping Pinguin. Professor Tibarton aber drängte ungeduldig nach dem Ergebnis der vielen Fischgespräche. »Wenn ihr so eilig seid, im Nordosten der Insel erhebt sich der große Felsen, und dieser Felsen ist an einer Stelle ausgeholt. Dort, unter dem Wasser, fließt es in den Berg hinein und bildet in der Grotte den unterirdischen See.« Obwohl Seelefant noch gerne viel erzählt hätte, bat ihn der Professor, es auf später zu verschieben. »Er möge sich doch bitte mit Ping Pinguin auf die Suche nach dem Zufluß machen.« Die ungleichen Gefährten tauchten ins Meer und wurden lange nicht mehr gesehen. Endlich aber kehrten sie zurück und meldeten, sie hätten ein tunnelartiges Loch im Felsen gefunden. Der Professor versah sie mit genauen Anweisungen. Dann machten sich Seelefant und Ping Pinguin auf die gefahrvolle Tauchfahrt ins Innere des Berges. Sie glitten durch einen Stollen, dessen Wände von Algen bewachsen waren. Wie es der Professor vermutet hatte, warfen vielfarbige Steine und Glimmer das Licht einander zu bis zum Höhlensee. Obwohl Ping Pinguin und Seelefant schnell schwammen, litten sie doch bald unter Luftmangel. Glücklicherweise gelang es ihnen aber, den Kanal zu durchschwimmen. Als sie nun aus dem See auftauchten, glaubten König Futsch, Sami und Wawa zunächst an das Erscheinen von Geistern. Die Riesenkrabbe, die erst ein kurzes Stück des Ufers erklommen hatte, zog sich nun wieder in die Tiefe zurück. Vielleicht hatte sie ihr Mut verlassen. Wawa wuselte Ping Pinguin entgegen. Voll Glück stupste er ihnen vor den Bauch. »Die Röttung!« rief der König. »Ich bringe eine Bootpfafft! Nämlich, wir wissen noch nicht, wie wir euch aus der Höhle herausbringen können!« »Traurig! Sehr traurig!« »Und wir können es uns erst überlegen, wenn ihr uns das ganz große königliche Ehrenwort gebt, fortan darauf zu verzichten, das Urmel zu jagen. Ihr pfört, es weder tot noch lebendig mitzunehmen.« »Hm. Das ist ja eine Erpressung. Aber was bleibt mir anderes übrig?« »Ich schwöre.« »Liefere uns dein Gewehr aus!« forderte Ping Pinguin. »Dir?« »Ich nehme es,« sagte Seelefant und öffnete seine Schnauze. Widerstrebend legte ihm der König die Flinte zwischen die Zähne. Darauf versanken die Botschafter wieder im Wasser, um zurückzuschwimmen. »Ich wußte immer, daß ich mich auf meine Freunde verlassen kann,« bemerkte Wawa stolz. »Wieso? Ich denke, es sind deine Feinde!« König Pomponell runzelte die Stirn. »Jetzt nicht mehr!« log Wawa. Er schaute beschämt in den See, der wie eine Schüssel aussah. Das seltsame Untertitel Unterseeboot. Professor Tibatong und Tim Tintenklecks erinnerten sich wieder an ihr Boot, mit dem sie vor langer Zeit die Insel Titivu erreicht hatten. Sie zogen es aus dem Schilf und steuerten es zum großen Felsen. Aufrecht stehend, ein Paddel in der Hand, die Nickelbrille auf der Nase, wartete der Professor. Er war in Sorge. In welchen Gefahren befanden sich Seelefant und Ping Pinguin? Und die Zeit verstrich, die anderen Tiere lauerten auf einem Vorsprung an Land. Endlich schäumte die See. Ping Pinguin und Seelefant tauchten auf. Der Professor seufzte erleichtert. Quer im Maul trug Seelefant das Gewehr. Tim Tintenklecks nahm es ihm ab. »Sie leben alle, aber sie können nirgends heraus.« »Sie müssen verhungern und verdorsten.« »Wir werden sie von retten, besonders, weil sie nun den Pfuhr geleistet haben, das Omel nicht zu pfießen oder zu fangen.« »Äff, äff! Was soll nun geschehen?« Der Professor paddelte dicht an den Felsen. Er musterte das Gestein. »Schau mal, Tim Tintenklecks, was hältst du von den vielen kleinen Löchern?« »Weiß nicht. Wind, Wetter und die stürmische See haben den Stein hier luftdurchlässig gemacht. Und durch die feinen Röhren, die so allmählich entstanden sind, pfeift der Wind in die Höhle. Auch du hast sicher schon mal in ein Rohr geblasen und ihm Töne entlockt. Ich glaube, so ist die eigenartige Musik in der Höhle zu erklären.« »Ja, und? Können wir sie durch diese winzigen Röhren retten? Natürlich nicht. Aber wenigstens kriegen sie Luft. Und das ist ihre Rettung. Denn andernfalls würden sie an dem Gas ersticken, das so zum Lachen reizt. Aber wie bekommen wir sie dann heraus? Lass uns überlegen. Der einzige Ausweg liegt unter Wasser. Schwimmend kommen sie nicht hindurch. Kein Mensch kann so lange tauchen und Wawa auch nicht. Sie brauchen Taucherausrüstungen. Richtig. Aber wir haben keine. Könnte man nicht etwas Ähnliches bauen? Eine Art Unterseeboot? Einen dicht verschlossenen Behälter? Vielleicht Wawas Mupfel? Langsam und nachdenklich paddelten sie zum Land, wo Wutz und Schusch warteten. Wawas Muschel wäre nicht schlecht, aber sie schließt nicht dicht genug. Das Wasser würde hineinströmen. Wutz blickte auffällig lange zur Seite. Hinter ihrer gerunzelten Stirn arbeiteten quälende Gedanken. Sie schnaufte mehrmals und fragte endlich mit sichtbarer Überwindung, »Professor, öff, liegt dir sehr viel daran, den König und seinen Diener zu retten?« »Natürlich, wie kannst du fragen?« »Und Wawa?« »Wawa zuerst, öff!« »Ja, so sprich doch endlich!« »Nun, ich habe allen Grund, auf den König böse zu sein, aber auch ein Schwein hat edle Gefühle. Öff, Professor, ich werde ein großes Opfer bringen.« »Ginge meine Schlummertonne?« »In der Tat!« »Natürlich, die Tür schließt prächtig und man könnte sie außerdem noch von innen mit Wachs verschmieren und viel dicker als Wutz ist der König auch nicht.« Wutz sah ihn beleidigt an. »Ich bin vielleicht nicht sehr gescheit, denn ich verstehe immer noch nicht. Wer soll denn dieses Schweineuntersebot fast durch den Kanal tauchen? Es hat doch keinen Motor, oder erre ich mich?« Schusch irrte sich zwar nicht, aber hier erwies sich wieder einmal, wie segensreich manche Dinge sind, von denen man es vorher nicht ahnte. »T somewhere...« »Konig« ist leidig«, »T hasde dir ein, es ist leidigeren, das Purple, Und es wird cette Zeitung dann, wenn du sehen wie Solid Mystery production aus der Tat! Urmel-Puturmel noch mal Das Urmel langweilte sich auf dem Krankenlager. Es schaute an die Zimmerdecke, es schaute zum Fenster hinaus, es gähnte, es maunzte, es wälzte sich auf den Rücken, es kitzelte sich mit seiner Schwanzspitze an der Nase und hinter den Ohren. Später wunderte es sich. Warum holten Tim Tintenklecks und der Professor so eilig die Schlummertonne von Wutz, rollten sie den Berg hinab und redeten kein Wort mit ihm? Sollte es etwa mit Wutz wieder in die Babystube am Strand umziehen? Das Urmel stand auf und setzte sich gleich wieder hin, weil die Zimmerwände sich zur Seite neigten und drehten. Puh! Ihm war schwindelig. Aber das verging. Langsam stellten sich die Mauern wieder gerade. Wieder erhob sich das Urmel. Ein wenig wackelig stand es da. Nach einer Pause des Atemholens setzte es den ersten Fuß vor. Das Urmel tappte den Abhang hinab. Manchmal plumpste es hin. Dann rutschte es auf dem Popo weiter. Manchmal blieb es auch einfach stehen, um zu verschnaufen oder um die Ohren zu spitzen. Aber es hörte nichts. Alles war ruhig. Sogar vom Seelefant war nichts zu vernehmen. Merkwürdig, merkwürdig. Auch am Strand war niemand. Der böse König war ja sowieso in der Höhle verschüttet. Aber wo war Wutz? Wo hatten sie ihre Schlummertonne hingebracht? Und plötzlich machte das Urmel eine herrliche Entdeckung. Da hatte es ein Haus geschenkt bekommen, ein richtiges eigenes Urmelhaus. Keine Babystube, kein Urmelzimmer, nein, ein Haus am Strand. Ein Haus mit einer Tür, ein Haus mit vielen kleinen Fenstern und einem Dach. Was für eine Freude! Das Urmel wußte gar nicht, dass es heute Geburtstag hatte. Nun, wie dem auch sei, das Urmel staunte sein Haus an. Es faltete die Hände vor Glück. Es senkte beschämt die Augen. Wie schlecht von ihm, den anderen die Freude zu verderben. Ganz sicher sollte es doch eine Überraschung sein. Trotzdem. Es mußte in sein Haus hineingehen, die Tür hinter sich schließen und zum Fenster hinausschauen. Nie war es stolzer gewesen. Es schnüffelte in jede Ecke, legte sich auf den Boden und genoß den Schatten der Blätter und ihr Rascheln. Aber dann zwickte das schlechte Gewissen doch. Es sollte vielleicht lieber wieder nach Hause gehen, ehe die anderen es hier entdeckten. Holla! Urmel putturmel noch mal! Das war ja eine blöde Tür. Lies und ließ sich einfach nicht hochschieben. Vielleicht nach der Seite? Oder wenn man ganz fest daran rüttelte? Oder wenn man mit den Füßen dagegen trat? Ach, das war schlimm. Jetzt fingen auch die Urmelhauswände an, zu tanzen und sich zu drehen. Puh! Dies war gar kein Haus. Dies war ein Kreisel. Und das Urmel saß genau in seiner Mitte. Saß nicht mehr. Lag schon wieder. Und der Fußboden machte Kopf heißer. Der Fußboden war das Dach. Und futsch! Fuhr er hinauf und hinunter. Und Urmel hatte nichts, woran es sich festhalten konnte. Sogar mit geschlossenen Augen wurde es einfach so herumgewirbelt. Schrecklich! Selefant als Retter in der Not Wutz hatte zunächst darauf bestanden, die Matratze aus der Schlummertonne zu entfernen. Dann nahm sie den Vorhang ab und faltete ihn zusammen. Schließlich schnaufte sie noch einige Male mit hochgerümpftem Rüssel. Dann durfte die Tür geschlossen und die Tonne ins Wasser geschoben werden. Pink Pinguin war enttäuscht, dass der Professor seinen Vorschlag ablehnte, das Unterseeboot beim Stapellauf feierlich zu taufen, weil dieser meinte, sie hätten keine Zeit für solchen Schnickschnack. Als ob eine Pfiffstaufe ein Pfnickpfnack sei. Nun, kaum schwamm die Rettungstonne, drehte sie sich auch schon wie wild auf dem Wasser. Die größte Schwierigkeit war, dass Selefant die Tonne nicht unter Wasser ziehen konnte. Immer wieder hüpfte sie empor wie ein Gummiball, bis Professor Habakuk endlich auf den Gedanken kam, sie mit Wasser zu füllen. Da sank sie unter, und Selefant konnte sie bequem vor sich herschieben. Pink Pinguin schwamm voraus. Sie tauchten in die Felsenröhre. Die kleinen, bunten Fische staunten. Noch mehr allerdings staunten König Pomponel, Sami und Wawa, als Selefant mit der Tonne aus dem See emporstieg. Wie, ist dies etwa die Schweinetonne? Helfen Sie uns, sie an Land zu bringen, Pink Pinguin schüttelte seine Federn aus. Der König und Sami zogen die Tonne ans Ufer, öffneten die Tür und gossen das Wasser aus. Hinein, Majestät! Der König zog ein Gesicht, wie wenn er gerade in eine saure Zitrone gebissen hätte. »Wenn Sie Läber in der Höhle bleiben, brauchen Sie es nur zu sagen.« Da kniff sich König Futsch, der Erste, die Nase mit den Fingern zu, kniete sich nieder und kroch rückwärts auf allen Vieren in Wutz' Schlummertonne. Dann schloß er die Tür und verriegelte sie von innen. »Eff, eff!« grunzte Sami zum Spaß. Er rollte die Tonne in den See. Dem König wurde schwindlig. Glücklicherweise war er aber schwer genug, sodass Seelefant mit ihm tauchen konnte. Durch eine schmale Ritze spritzte Wasser. Der König fühlte Füße und Hände nass werden. Dann schwebte er in völliger Dunkelheit, in vollkommener Stille dahin. Und das Wasser kroch langsam über die Füße, Knie und Handgelenke. Aber der Tunnel war ja nicht allzu lang. Und dann stieg Seelefant aus den Fluten. Sonne spiegelte sich auf dem Fass. Silbern perlte das Wasser von ihm herab. Die Rettung war gelungen. Der König kroch aus dem Unterwassergefährt. Er drückte Professor Tibarton herzlich die Hand. Tim Tintenklecks verschmierte die Ritze erneut mit Wachs, und Seelefant lud Sami und Wawa beim nächsten Mal gleich zusammen ein. Es glückte ohne Schwierigkeiten. Er war jetzt schon so geübt, dass er es beinahe traurig fand, nun nicht mehr gebraucht zu werden. So lag er am Ufer, wie üblich auf seine Vorderpfoten gestützt, den Hinterleib halb im Wasser und schaute zu. Futsch der Erste und Sami säuberten sich die Kleider. Ping Pinguin erklärte Schusch, was für eine wichtige, schwierige Aufgabe er bei den Rettungsaktionen gehabt hätte, und Wutz kroch in ihre Schlummertonne und grunzte, daß diese zunächst gründlich gescheuert werden müßte, ehe sie wieder verwendbar wäre. F! Da Seelefant von allen unbeachtet blieb, wandte er sich ab und kehrte zu seinem Felsenrift zurück. Leise wehte sein Gesang herüber. Ohoho, ich bin nicht froh, nein, ich bin so, ohoho, oha, den Tränen nah. Jetzt erst dachte Professor Tibarton an ihn und erschrak. Oh, ich hätte ihm sagen sollen, wie großartig er uns geholfen hat. Ich muß es unbedingt nachholen. Wutz, bitte erinnere mich daran. Ich erinnere mich vor allem daran, daß ein Patient daheim liegt und sein Mittagessen bekommen muß. F! Sie ließen die Schlummertonne vorläufig zum Trocknen am Strand. Aber als Wutz sich noch einmal umschaute, um sich zu vergewissern, ob sie nichts vergessen habe, wollte sie ihren Augen nicht trauen. In der runden Öffnung der Schlummertonne stand Pink Pinguin und schaute so vergnügt in die Gegend, als habe er eben die ideale Mupfel entdeckt. So eine Schweinerei! Der Schwur war getan. König Futsch I. bekräftigte ihn feierlich. Das Urmel war vor ihm sicher. Statt Pulverknall und Gewehrkugeln würde es in Zukunft königliche Leckereien bekommen. Öff! Aber nur nicht so viel, daß es sich daran den Magen verdirbt! Da so der Friede wiederhergestellt war, lud Professor Tibarton den König und Sami zu einer Tasse Kaffee ins Blockhaus ein. Der König sagte zu und dankte. Doch er und sein Diener wollten zuvor noch zu ihrem Lagerplatz, um sich zu waschen und die Kleider zu wechseln. Wirklich, sie hatten es nötig. Sie waren nass, verschmiert und dreckig. Aber das tat der guten Laune keinen Abbruch mehr. Ihre Wege trennten sich bei den Ananasstauden. Der Professor und seine Schar erklommen hier den Berg. Seine Majestät und Sami schritten weiter auf dem flachen Strand entlang. Rasch verloren sie sich aus den Augen. »Ich pflege voraus, um dem Urmel zu sagen, daß wir jetzt kommen und daß es keine Angst mehr zu haben braucht.« »Nein, öff, ich will es ihm zuerst sagen!« Zu spät. Schusch war schon auf und davon. Jedoch schon nach kurzer Zeit kam er wieder. Noch aus der Luft kreischte er heiser herunter. »Das Urmel ist schon wieder nicht in seinem Zimmer!« Wutz galoppierte los! Je nachdem, wie gut sie zu Fuß oder zu Flügel waren, brachten die Heimkehrer das letzte Stück bergauf hinter sich. Weit war es nicht. Man sah ja schon das Dach des Blockhauses zwischen den Baumwipfeln. Pink Pinguin bildete das Schlusslicht. Auch Wawa war zurückgeblieben, weil er ihm rasch etwas sagen wollte. »Du darfst jetzt so oft in die Muschel kommen, wie du willst.« »Ach, weißt du, Wawa, vielleicht brauche ich deine Mupfel nicht mehr. Sicher fängt mir König Wutf ein pfönes Pflo...« »Du könntest endlich lernen, ein richtiges Sch zu sprechen. Es heißt Schloss.« »Wie soll ich es denn lernen? Wir haben ja die ganzen Tage keine Pfuhle mehr gehabt.« »Oje, nun sind die Ferien also zu Ende. Nun ja, Zeit wird es ja, dass wieder Ordnung in unser Leben kommt. Wer weiß, was für Pferereien das Urmel uns von wieder bereitet.« Sie waren als Nachzügler kaum am Blockhaus angelangt. Wutz trabte bereits aufgescheucht herum und suchte grunzend nach ihrem Liebling, als vom Strand her das Dröhnen und Knattern schallte, das ihnen nur zu bekannt war. »Wieso?« Kam der König etwa im Flugzeug zum Kaffee? Das dunkle Insekt schraubte sich empor. Es stieg langsam über den Abhang, und unter ihm baumelte an einem festen Tau ein vergitterter Kasten. Er schaukelte hin und her wie eine Glocke, die geläutet wird. Statt des Klöppels aber hing ein dicker Urmelkopf heraus. »Oh, Professor, der König hat uns betrogen!« »Ui, ich fliege!« wierte das Urmel von oben. Es schien auch noch Spaß daran zu haben. König Pomponell zog eine Ehrenrunde über dem Blockhaus. Sami und er winkten, und dann drehten sie ab, steuerten ins Blau des Himmels und flogen übers offene Meer davon. Sie wurden kleiner, waren schließlich nur noch zwei winzige schwarze Punkte, und dann gar nichts mehr. »So eine Pfweinerei!« Wutz überhörte vollständig, dass dies eine ganz ungerechte Beleidigung ihrer Sippe war. »So sollten nun also des Königs Treulosigkeit und ein Wortbruch das künftige Schicksal des Urmels bestimmen. Es würde im Zoo von Pompolon hinter Gittern leben, angestarrt von neugierigen Augen, geneckt von ungezogenen Buben, von unvernünftigen Erwachsenen mit unbekömmlichen Dingen gefüttert. Heimwehkrank würde es durch die Stäbe starren, von den schönen Tagen auf der Insel Tittivu träumen. Es würde in Gedanken an Wutz Tränen vergießen und vom Kreuzfeuer der Blitzlichter geblendet werden. Neugierige Wissenschaftler würden es untersuchen, röntgen, messen, wiegen oder gar noch Schlimmeres mit ihm anstellen. Ach, und das gute Kind war noch so harmlos und vertrauensselig. Es ist kaum zu glauben, aber es genoß den Flug. Nach dem schrecklichen Schwindelanfall im Urmelhaus hatte es lange geschlafen und war nun wieder ganz gesund. Es zwängte Kopf und Hals durch eine Öffnung im Gitter seines Käfigs. Der Wind pustete ihm in die Nasenlöcher, die Ohren flatterten. Es sah die Welt von oben. Der grüne Farbklecks im Wasser war die Insel, lustig, und so klein war das Blockhaus, heißer. Oh, und dieser winzige Punkt, war das etwa Selefants Felsenriff? Das Urmel war noch nie bei ihm gewesen. Es drehte seine Nase nach oben und blinkerte dem König zu, und der König winkte herunter. Er hatte verstanden. Der Hubschrauber sank abwärts. Jetzt wurde es dem Urmel doch ein wenig flau im Magen. Der schwarze Punkt im Wasser kam ihm schnell entgegen. Eine Steinplatte von Wellen umschäumt. Da saß Selefant, die Flossen ans Herz gepresst. Was er sang, konnte das Urmel nicht verstehen. Dazu brauste der Motor zu laut. Vielleicht sang er auch gar nicht. Er winkte ja. Einen Moment hielt der König den Hubschrauber fast bewegungslos in der Luft. Des Urmels Schnauze war nun Selefant ganz nahe. So nahe, daß das Urmel ihm einen Kuss auf die Backe schmatzen konnte. Selefant war sprachlos. Er staunte. Das war ihm noch nie geschehen. Ob er nach diesem Ereignis wohl jemals wieder so traurig sein könnte wie früher? Er hatte lange Zeit, darüber nachzudenken. Und nun gab der König Gas, verstellte die Rotorflügel und der Hubschrauber verschwand. Unsichtbare Fische können überall sein. Oder auch nicht. Er schwirrte davon und ward nie wieder gesehen? Irrtum. Er ward sofort wieder gesehen. Wie gezielt setzte König Pomponel den Käfig vor dem Blockhaus ab, ganz sanft auf den Boden und löste das Tau. Dann flog er selbst zum Strand, wo er niederging. Wenig später kam er lachend mit Sami den Berg herauf zum Kaffee trinken. Natürlich war der Kaffee nicht fertig, denn Wutz hatte gar nicht daran gedacht, welchen zu kochen. Erst war sie so zornig gewesen, dann so traurig und nun so froh. Das Urmel war bereits mit allgemeiner Hilfe aus dem Käfig befreit worden. Ihr müßt entschuldigen, aber das Urmel ließ mir keine Ruhe. Es wollte unbedingt ausgeflogen werden. Ihr wißt ja, wie es ist. Das läßt nicht locker, wenn es sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hat. Darin ist es mir übrigens ähnlich. Ja, und ich mußte doch viel bei ihm wiedergutmachen. Wutz leistete ihm im Stillen Abbitte, während sie das Kaffeewasser aufsetzte. Aber was mache ich denn jetzt? Soll ich wirklich mit leeren Händen heimkommen? Das ist ja unmöglich. Ich weiß von was. Nehmen Sie doch einfach das frecklich-fäustliche Ungeheuer aus der Höhle mit. Die Riesenkrabbe? Nein, das geht nicht. Erstens gelingt es uns wohl kaum, sie aus der Höhle zu bringen. Und zweitens, nun, ihr werdet mich vielleicht für töricht halten, aber ich möchte versuchen, ihr das Sprechen beizubringen. Ich glaube, daß sie mir viel Seltsames zu berichten hat. Sie gibt mir viele Rätsel auf, die ich lösen will. Da war nun guter Rat teuer. Der Professor selbst wünschte, der König möge irgendetwas von der Insel mitbringen, über das Zwengelmann mindestens so staunen würde wie über ein Urmel. »Warum kann mich der Tönig nicht mitnehmen? Ich strecke diesem Drängelmann«, »Zwengelmann«, »Bengelmann«, »die Zunge rausmache«, »bäh«, und dann bringt mich Futsch wieder zurück. »Erstens heißt der Zwengelmann Direktor Doktor. Zweitens streckt man niemandem die Zunge raus und macht auch nicht bäh. Und drittens soll er ja glauben, daß es dich wirklich nicht gibt, denn sonst wäre die Insel bald ein Rummelplatz«, sagte Professor Tibertong bestimmt. »Und viertens darfst du nicht einfach Futsch sagen. Seine Majestät heißt immer noch Pumponell.« »Das Urmel darf«, »bäh«, »bäh«, »da plusterte sich Schusch auf, klapperte mit dem Schnabel und trompetete. »Ich weiß was, der König nimmt den unsichtbaren Fisch mit in einem mit Wasser gefüllten Eimer. Oder wenn er dazu zu groß sein sollte, vielleicht ein Wotts Schlummertonne. Nein, meine Schlummertonne behalte ich öff.« »Aber ich weiß ja noch gar nicht, ob es ihn gibt. Seine Majestät kann ja nicht einfach einen leeren Wassereimer mitnehmen und ein leeres Aquarium zeigen.« »Wieso nicht? Wer will denn beweisen, daß der unsichtbare Fisch nicht in dem Aquarium ist, wenn man ihn doch nicht sehen kann?« König Pumponell lachte. Er fand den Gedanken herrlich, ein riesiges Vergnügen. Wochenlang würde er keine Langeweile mehr haben. Wochenlang würden sich die Gelehrten darüber streiten, ob es den unsichtbaren Fisch nun gäbe oder nicht. Er lachte so, als hätte er nochmals den schwülen Duft der Höhle eingeatmet. Das brachte ihn auf einen Gedanken. »Professor, könnten Sie nicht diesen Äther, dieses Gas oder was immer es ist, auswerten, in Flaschen füllen oder in Glasballons? An den Flaschen könnte man riechen, wenn man drüber Stimmung ist. Und die Glasballons? Denken Sie nur, wie herrlich, wenn ich so einen Glasballon wie eine Bombe in das Parlament von Pompolonien würfe. Gerade dann, wenn sich die Abgeordneten wütend anschreien, dann werden sie plötzlich alle heiter fangen an zu kichern und zu lachen, und aller Streit geht im Gelächter unter!« Der Professor sah den König nachdenklich an. »Professor Habakuk-Tibatongs Original-Lachgas, garantiert frisch aus der Quelle«, murmelte er. Er sah das Etikett schon vor sich. »Das wäre vielleicht eine gute Idee. Es wird viel zu wenig gelacht auf der Welt. Das meiste Unglück kommt davon, dass die Menschen alles viel zu ernst nehmen. Aber leider vorläufig geht es noch nicht, denn wir können die Höhle ja nicht mehr betreten, vielleicht später einmal.« Der König sah das ein. Noch mußte er also auf die Lachgasbombe verzichten und sich mit dem unsichtbaren Fisch begnügen. Dafür schenkte er dem Urmel das Urmelhaus. Und als der Abend kam, schnurrte das große Insekt gen Westen in die untergehende Sonne hinein. Unter ihm baumelte ein großes, mit Wasser gefülltes Gefäß. Der Professor und seine Tiere sahen dem König nach, bis der Hubschrauber nicht einmal mehr ein Fleck in der roten Scheibe war. »Ganz anständig von mir war das nicht«, sagte Tibatong. »Aber wieso? Hast du denn gesehen, dass der Fisch nicht in dem Topf ist?« Das hatte der Professor natürlich nicht. Wutz brachte das Urmel ins Bett. Wawa kletterte in seine Muschel, um den Mond über sich hinweg schien zu lassen. Professor Habakuk Tibatong zündete eine Kerze an, um ein Buch über die Höhle, den leuchtenden See und die Steininsel zu beginnen. Tim Tintenklecks schleppte Wutz die Schlummertonne vors Haus. Sie reinigte sie, legte die Matratze hinein und befestigte den mit Rosen bedruckten Vorhang davor. Dann kroch sie hinein, legte Kopf und Rüssel auf die Vorderklauen und betrachtete die Sterne, die so friedlich flimmerten. Ping Pinguin aber schwamm zum Seelefant hinaus. Sie saßen nebeneinander im Licht des Vollmonds. Und das Meer rauschte und schäumte. So ist alles wieder Pfön und gut. Alles ist herrlich. Nur ich habe keine Mupfel bekommen. Willst du etwa deswegen ein trauriges Lädt mit mir senken? Ein Pfönes, pfrecklich Trauriges. Aber zu seiner Überraschung brummte Seelefant. Leider geht es nicht. Ich kann heute kein trauriges Lädt senken. Ich bin glücklich. Es klang, als ob er sich deswegen schämte. Na nun! Ping Pinguin wunderte sich im Stillen. Was hatte Seelefant wohl so Schönes erlebt? Er kauerte sich neben seinem großen Freund in die eigenen Federn. Sie schwiegen beide und schauten in die Nacht. Alleine singen mochte Ping Pinguin auch nicht. Sollte nun etwa er deswegen traurig sein? Bis zum nächsten Mal. Ein dall Untertitelung des ZDF, 2020